Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 157 vom 15. September 2019 und an den Mikrofonen begrüßen euch zu unserem politischen Rückblick auf Deutschland und die Welt. Philipp Bansel und Ulf Burmeier. Ja, herzlich willkommen. Wir haben erstmal herzlich Danke zu sagen, denn in den vergangenen Wochen sind wieder ganz viele Menschen Unterstützerinnen und Unterstützer der Lage der Nation geworden und haben ein Lage Plus Abo abgeschlossen, Philipp. Ja, so sieht es aus. Also ich sehe das und beobachte das sehr erfreut, dass viele da tatsächlich uns unterstützen mithilfe dieses Abos, was ihr abschließen könnt unter Küchenstudio-plus für 5 Euro oder eben knapp 50 im Jahr oder 5 im Monat, kann man auch monatlich kündigen und das freut uns insofern, als dass uns das natürlich wahnsinnig hilft, auch dieses Standbein auszubauen, um unabhängiger zu werden von anderen. Wir haben uns dabei aber jetzt auch gefragt, wie könnten wir es euch denn noch ein bisschen verschönern sozusagen, also für die Abonnenten und Abonnentinnen, die schon abonniert haben, den würden wir natürlich gerne so viel wie möglich irgendwie dafür auch geben, uns zurückgeben auch. Und an jene, die noch nicht abonniert haben, was könnte euch denn dazu bewegen, also da mal so eine ganz offene Ideensammlung anstoßen, das war eigentlich so ein bisschen das Ziel, könnt ihr ja mal in den Kommentaren abwerfen. Wie gesagt, kein Versprechen, dass das dann umgesetzt wird, geht uns einfach nur um die Idee, vielleicht euch dieses Abo noch zu versüßen oder auch nochmal Danke zu sagen für all jene, die das schon abonniert haben. Ja, ganz genau, das ist so eine Art Wunschzettel und dann haben wir natürlich noch den Hinweis auf unsere Newsletter, wir verschicken immer einmal in der Woche, wenn die Lage frisch erschienen ist, ein Newsletter mit den ganzen Quellen, auf die wir uns stützen für die aktuelle Folge. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen nachlesen wollt, was wir gelesen haben zur Vorbereitung auf die Sendung, dann könnt ihr diesen Newsletter abonnieren unter lagedernation.org slash Newsletter, lagedernation.org slash Newsletter. So sieht es aus. Die nächste Frage ist natürlich, muss sein, habt ihr diese Woche oder vielmehr gestern, heute, na diese Woche, Ende der Woche, schon mal auf eine Banking-App geguckt, auf eure Banking-App, die ihr vielleicht benutzt, um Konten abzufragen und ein bisschen Banking zu machen und so eure Finanzen im Überblick zu behalten. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Ulf, aber bei mir gab es da eine ganze Menge Problemanzeigen. Allerdings, ja, ich benutze mindestens zwei Apps sehr regelmäßig, die eine hat das sehr gut im Griff, dass es da gerade eine Menge Änderungen gab, die andere kämpft noch ganz gewaltig und ich glaube, das geht vielen Apps so, wenn man das Thema mal so ein bisschen googelt. Hintergrund ist, dass die Europäische Union schon vor drei, vier Jahren eine neue Richtlinie verabschiedet hat, die sogenannte Payment Services Directive 2, besser bekannt unter dem Stichwort PSD2. Genau, die Engländer nennen das Bury the Lead, das wollen wir jetzt hier nicht machen, also in der Newsgeschichte, wenn du die Nachricht sozusagen irgendwo ganz hinten am Ende so sagst, sondern ich würde hier gerne so den kleinen Teaser setzen und so gern ihr eure Banking-Apps habt und so wertvoll diese ganzen schönen Multibank-Apps sind, die Probleme, die jetzt auftauchen, es könnte sein, dass die insofern noch größer werden, als dass diese Banking-Apps vielleicht in absehbarer Zeit ganz verschwinden. Wir müssen da sehr, sehr aufmerksam sein und das ist auch der Grund, weswegen wir dieses Thema an den Anfang dieser neuen Lage vorgestellt haben, weil wir uns das Thema mal ein bisschen genauer angeschaut haben und dabei gesehen haben, dass da der Teufel wie so oft im Detail steckt und enorme Risiken, denke ich, für Nutzerinnen und Nutzer drin schlummern. Aber wie gesagt, Hintergrund ist dieser Veränderung beim Banking und insbesondere auch bei Banking-Apps, die Payment Services Directive 2, PSD 2, die ist 2015 vom Europäischen Parlament verabschiedet worden, Teile sind schon im Januar letzten Jahres in Kraft getreten, aber der Rest, und das ist der Grund für Philipp's Teaser eben, der Rest jetzt am 14. September, also gestern, am gestrigen Samstag. Und das heißt, jetzt müssen alle Banken und auch Fintech-Unternehmen in Europa diese neue Zahlungsdienste-Richtlinie vollständig umgesetzt haben und die Ideen, die dem zugrunde liegen, sind eigentlich gar nicht verkehrt. Nee, genau, es geht ja im Kern um zwei Sachen, einmal um mehr Sicherheit und um die Liberalisierung des Bankenmarktes. Bisher hocken eigentlich die Banken auf den Kundendaten und niemand kommt da so wirklich ran, das soll sich ändern, dieses Monopol der Banken auf die Kundendaten, das ist jetzt beendet und der Markt soll geöffnet werden. Und um das so ein bisschen zu sortieren, glaube ich, würde ich sagen, fangen wir mal mit Punkt 1 an, also mit der Sicherheit. Genau, ja teilweise sind die neuen Anforderungen an die Sicherheit im Banking, gerade im Online-Banking in dieser PSD2-Richtlinie direkt geregelt, aber vieles steckt auch nicht mal in der Richtlinie selber, sondern nur in einer sogenannten technischen Regulierung der EU-Kommission, die wiederum zurückgeht auf die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, die hat da so ein Konsultationsverfahren durchgeführt und Vorschläge gemacht und die KOM hat das dann letztlich in Form einer technischen Regulierung in Kraft gesetzt. Das ist so eine Rechtsetzung durch die Exekutive, nicht durch das Parlament, so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit einer deutschen Verordnung. Und das bedeutet jetzt konkret, spätestens alle 90 Tage müssen sich alle Nutzer ab September im Online-Banking der Bank oder in der Multi-Banking-App, also kennt ihr alle diese Dinge auf Smartphone und PCs und Rechnern, wo ihr mehrere Bankkonten verwaltet, da müsst ihr euch stark identifizieren. Und das bedeutet, es muss nicht nur ein Faktor abgefragt werden, wie bisher immer meistens ein Passwort, sondern es müssen zwei Faktoren abgefragt werden, die aus drei Bereichen kommen können. Erstens wissen, das ist dann sowas wie PIN oder Passwort und dann muss aber noch ein zweiter Faktor hinzukommen, entweder aus dem Bereich haben, also muss entweder eine Karte haben oder einen Tarngenerator oder ein Smartphone oder es muss sowas aus dem Bereich, wie das hier heißt, Inherenz sein. Also zum Beispiel Fingerabdruck muss man abgeben, also Passwort, Fingerabdruck oder Passwort und eine Tannnummer vom Smartphone. Das ist sozusagen diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, die de facto Pflicht wird. Genau und die nennt man eben so schön starke Benutzer-Authentifizierung und die wird interessanterweise eben teilweise auch schon beim Login fällig. Und das ist so die erste große Änderung durch PSD2. Bislang war es so, bei der Anmeldung beim Banking brauchte man nur seine Kontonummer oder irgendeine andere Benutzer-ID und die PIN. Das heißt also nur Wissen war erforderlich, um Kontoinformationen abzurufen. Das ändert sich jetzt, da muss jedenfalls gelegentlich auch typischerweise eine Tannn eingegeben werden. Die Banken können dabei aber festlegen, wie oft das der Fall ist. Theoretisch bei jedem Login, aber denkbar ist auch das entspannt zu handhaben und nur alle 90 Tage einen zweiten Faktor abzufragen. Aber das müssen sie dann auch machen, spätestens alle 90 Tage müssen sie. Genau und die Banken können diese Faktoren auch aus den drei Gruppen, die du gerade genannt hast, Philipp, frei kombinieren, also Wissen haben und Inherenz. Da können die Banken sich frei rauspicken, aber der typische Anwendungsfall wird sein Faktor Wissen, also ein Login, Benutzernahme, Passwort und haben also eine Tann vom Handy oder vom Tann-Generator. So machen es die meisten Banken und vernünftige Banken machen das auch nur eben alle 90 Tage, damit das nicht total nervt beim Login. Es gibt aber auch Banken, die wirklich bei jedem Login schon eine Tann abfragen und da ist das Internet jetzt schon voll von wütenden Kunden, die sagen, ich habe die Nase voll, ich wechsle jetzt die Bank. So und dazu, also Login ist das eine und dazu gibt es halt diese beiden großen Bereiche Überweisung und Kartenzahlung im Netz. Und auch dabei wird im Prinzip jetzt demnächst Pflicht zwei Faktoren. Das ist noch ausgesetzt, aber im Prinzip. Bei Kartenzahlung ist es ausgesetzt, aber bei Überweisung muss man auch schon jetzt den zweiten Faktor angehen. Genau, also bei Überweisung ist es ja nichts Neues. Da war es ja bislang auch schon so, man hat sich bei der Bank angemeldet mit Benutzerzugang und PIN. Und dann hat man bei der Überweisung dann eine Tann typischerweise aufs Handy bekommen. Das heißt, bei Überweisung gab es auch bis jetzt schon in Deutschland so ein Zwei-Faktor-System. Aber das wird jetzt ausgeweitet durch PSD2 auf Kartenzahlung und das ist das Besondere. Also ich kaufe online mit einer Kreditkarte ein und reicht nicht mehr einfach nur Nummer, Name, diese Sicherheitsnummer und ein Ablaufdatum einzugeben, sondern ich muss dann auch wahrscheinlich meistens über eine App auf dem Smartphone oder per SMS eine Tann bekommen, die ich dann auch noch für die Kartenzahlung eingeben kann. Genau, das ist der Witz dabei, das ist eben jetzt, was wir bisher eingegeben haben bei den meisten Kartenzahlungen, war ja alles, zwar mehrere Faktoren, aber alle aus dem Bereich Wissen. Und das geht jetzt eben nicht mehr nach PSD2, müssen es Faktoren aus zwei Bereichen sein, Wissen oder Haben zum Beispiel. Und dann kannst du deine Kartendaten eingeben und Haben wäre dann, wie du sagst, eine App auf dem Smartphone oder eine Tann auf dem Smartphone, denn die empfängt man ja auch nur, wenn man die SIM hat. Aber das machen ja noch nicht alle Shops hier. Genau, das ist nämlich das Ding, also die Banken können das inzwischen, Zwei-Faktor-Authentifizierung oder starke Authentifizierung bei Kartenzahlungen, aber ganz viele Online-Shops haben ihre Systeme noch nicht umgestellt und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Klar ist ja eine europäische Richtlinie, gilt europaweit und deswegen hat die europäische Bankenaufsicht europaweit verkündet, liebe nationale Bankenaufsichtsbehörden, ihr könnt auf die starke Benutzer-Authentifizierung bei Kartenzahlungen erstmal verzichten, weil sie einfach befürchtet haben, dass sonst das Online-Shopping zusammenbricht, weil einfach die allermeisten Shops da bislang noch nicht ready sind und das hat die BaFin auch ausgenutzt und hat für Deutschland erklärt, dass Kartenzahlungen auch ohne zweiten Faktor erlaubt sind. Okay, also dieses Sicherheitsfeature, das heißt für Kartenzahlungen ist das ausgesetzt, trotzdem merken wir es ja jetzt schon, also an diesen Schnittstellen wird gebastelt, also an der Kommunikation von beispielsweise Apps auf dem Smartphone oder auf dem Rechner mit der jeweiligen Bank, da wird rumgeschraubt, weil sich da einiges ändert, um eben diesen Zwei-Faktor zum Beispiel einzubauen in die bisherige Kommunikation, deswegen funktioniert das noch nicht überall? Das ist genau der Punkt, also es gibt ein paar Apps, die sind da sehr, sehr gut, die sind schon angepasst und eine zum Beispiel benutzen wir sehr häufig, Philipp und ich auch, Money Money heißt die für den Mac, die ist da, muss man wirklich sagen, vorbildlich gewesen, die hat das nämlich sofort umgesetzt, aber ich habe auch noch ein paar andere Apps, die können das im Moment noch nicht, mal schauen, wann die abgedatet werden. Jetzt gibt es aber den zweiten Punkt und das ist die Liberalisierung und da wird es dann auch nochmal ein bisschen komplex und aber auch ganz interessant, das habe ich oben angedeutet. Also bisher ist es ja so, dass die Banken exklusiven Zugang auf die Daten, zu den Daten ihrer Kunden hatten, also Kunden sind an ihre Daten quasi über was? Über Kontoauszüge, Überweisungsformulare und eben Browser eintippen, einloggen in meine Bank und eben solche Apps rangekommen. Und dafür gab es in Deutschland, gibt es auch immer noch, aber das war so bisher der Standard, eine einheitliche Schnittstelle für die Software, die hieß HBCI oder eben auch WinTS. Schnittstelle, das kann man glaube ich bei dieser Gelegenheit auch mal erklären, das wird immer so rumgeworfen, aber das ist ja eigentlich eine Art, wie zwei Computer miteinander reden, also beispielsweise die Software, die Bankingsoftware auf meinem Rechner mit dem Computer der Bank. Und da muss halt genau festgelegt werden, wie meldet sich denn die Software bei meiner Bank, wie wird das Passwort übergeben, in welcher Form muss der Rechner anfragen, damit er die Umsätze abfragen kann, in welcher Form werden die von der Bank zurückgeliefert und so diese Art der Kommunikation, da geht es dann um Doppelpunkt, Komma und Leerzeichen, die muss irgendwo definiert werden und das nennt man Schnittstelle. Ja ganz genau, Schnittstelle oder die englische bezeichnet dafür ist API, wie Application Programming Interface und das ist eben ganz zentral dafür, dass man unabhängige Software entwickeln kann für irgendeinen Internetservice. Die Frage ist immer, wenn ich irgendeinen Internetservice programmieren will, gibt es für diesen Internetservice eine Schnittstelle, beziehungsweise eine API und ist die halbwegs standardisiert oder wird die eben nicht offengelegt. Oder dokumentiert. Dokumentiert, genau, du willst ja einfach wissen, wie muss ich mit dem Server sprechen, damit er die Daten ausspuckt. Und für die deutschen Banken gab es da seit den späten 90ern eben diese sogenannte HBCI, wie Home Banking Computer Interface, Schnittstelle und in neueren Versionen heißt sie jetzt FinTS, wie Financial Transaction Service. Und das ist zwar, wenn man ehrlich ist, eine ziemlich furchtbare Schnittstelle, also ich habe selber schon, oder Pop macht es auch jetzt noch, dafür Software geschrieben, da wirst du wahnsinnig. Das ist also eine extrem lange PDF-Datei, die in unfassbar kryptischem Beamten Deutsch regelt, wie diese Schnittstelle funktioniert. Aber man muss schon sagen, diese Schnittstelle ist trotzdem europaweit wirklich ganz weit führend. Also immerhin gibt es für fast alle deutschen Banken eine einheitliche Schnittstelle und deswegen gibt es in Deutschland auch einen relativ bunten Markt eben an Software. Wir haben Money Money schon genannt, aber es gibt viele andere, wie so mein Geld und wie sie alle heißen. Ganz viele wollen wir jetzt gar nicht die ganze Liste nennen. Die gibt es aber nur, weil die genau wissen, wie sie mit den Banken zu reden haben. Genau und das ist eben, das hängt eben an dieser Schnittstelle HBCI bzw. FinTS. Es gibt noch so ein ganz paar Ausnahmen, ein paar Banken, die eben keine solche Schnittstelle bieten und mit denen die Apps trotzdem sprechen können. Das ist aber ein unfassbar hoher Aufwand, da müssen die nämlich die Technik des sogenannten Web Scrapings einsetzen. Das bedeutet halt, dass diese App im Grunde intern so eine Art Webbrowser aufmacht und aus dem dann mühsam die Daten rauspoolt. Und dieses Web Scraping ist natürlich extrem komplex, weil sich sobald die Bank irgendwie auch nur ein Komma ändert auf der Website, funktioniert das Scraping nicht mehr. Das heißt also Web Scraping will man nicht, man will eine Bank, die eine ordentliche Schnittstelle anbietet und wie gesagt, in Deutschland gibt es dafür dies HBCI oder FinTS und noch einen zweiten Standard, den namens EBICS, aber der ist mehr so im Großkundenbereich interessant. Und die meisten anderen europäischen Länder kannten sowas nicht. Also wenn ihr schon mal Banking im Ausland gemacht habt, da könnt ihr eure deutsche Software nicht benutzen und da gibt es dann typischerweise auch keine nationale Software, keine Ahnung, für alle französischen Banken oder so. Sondern da muss man dann halt entweder die Apps von der Bank einsetzen oder man muss über die Website gehen. Das heißt also, das war schon im Grunde großartig, dass es in Deutschland so eine Schnittstelle gab, denn die war der Schlüssel dazu, dass es sogenannte multibankfähige Apps gibt. Also eine App, mit der du Konten bei fünf Banken verwalten kannst. Das bleibt jetzt erstmal so, aber es kommt halt jetzt eine neue Schnittstelle dazu, die vorsieht, dass der Kontozugriff auch für Drittanbieter möglich wird. Also dass Drittanbieter, wer das ist, sagen wir gleich, natürlich mit Zustimmung von euch Kunden und Kundinnen Zugriff auf das Konto bekommt. Und es gibt zwei Arten von Drittanbietern. Genau, und das ist der Kern dieser Liberalisierung, was wir eben beschrieben haben, das ist was es bisher schon gab und jetzt neu ist, dass nicht nur die Kundinnen und Kunden zugreifen, sondern Drittanbieter können auf die Konten zugreifen. Das ist der Liberalisierungsansatz von PSG2 und diese dritten fallen in zwei Gruppen. Da gibt es zum einen die sogenannten Kontoinformationsdienste, die können nur lesend zugreifen auf Konten, also quasi Umsätze auslesen. Und dann gibt es die Zahlungsauslöse-Dienste, mit denen man, wie der Name schon sagt, auch Zahlungen auslösen. Also lesen hat den Sinn, die können halt Konten auswerten, die können irgendwie Budgets erstellen, Finanzpläne, so ein bisschen deine Konten analysieren, alles mögliche, was man halt mit den reinen Umsatzdaten so anstellen kann. Und die Zahlungsauslöse-Dienste, naja, die können eben mindestens das, aber wahrscheinlich auch lesen und auswerten, aber vor allen Dingen eben Zahlen auslösen. Genau, und damit das funktioniert, damit also Drittanbieter auf diese Bankendaten zugreifen können oder die Kundendaten, die die Banken bereithalten, müssen die Banken eben wieder Schnittstellen oder APIs bereitstellen. Und dadurch sollen dann so die Idee der EU-Kommission mehr innovative Angebote und bessere Services entstehen. Ja, und wie ist denn das jetzt zu bewerten? Philipp, du hast dazu mal so ein bisschen rumtelefoniert, unter anderem hast du gesprochen mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband. Genau, also die kümmern, also Verbraucherzentrale Bundesverband ist so der größte und eigentlich wichtigste Verband, der sich so um Verbraucher, Rechte von Verbraucher und Verbraucherinnen kümmert. Und die sagen, im Prinzip finden wir das gut, vor allen Dingen auch wegen dieser Sicherheitsfeatures. Also es ist halt einfach sicherer, ist vielleicht im Alltag ein bisschen umständlicher, aber es wird auf jeden Fall, und das denke ich ist unstrittig, durchaus sicherer, das Banking. Deswegen diese Regelungen für Drittanbieter, also dass irgendwelche Unternehmen, Startups und so mit eurer Erlaubnis Zugang zu diesen Bankdaten bekommen können, das finden sie im Prinzip auch gut, weil das bisher so ein graues Geschäft war. Das ging schon irgendwie, aber es war halt völlig unreguliert und man wusste nicht, wer zugreift und wie und unter welchen Bedingungen. Dafür gibt es jetzt eine gesetzliche Regelung, das finden sie gut. Und das Gefährliche, sagen sie, ist, dass sie Angst haben, dass das alles zersplittert, dass es so viele Player in diesem ganzen Markt gibt. Es gibt eine Bank, die das Konto führt, es gibt zwei, drei Drittanbieter, die darauf zugreifen, die womöglich aber auch wieder nur Mittelsmänner für vierte und fünfte Unternehmen sind. Und dann ist die Gefahr groß, am Ende, dass so ein bisschen unklar wird, wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich dafür, wenn irgendwas schief geht. Da wird dann sozusagen der schwarze Peter vom einen zum anderen geschoben. Ja, oder um es plastisch zu machen, also stell dir vor, du findest deine Kontoauszüge im Internet, die sind irgendwie im Internet gelandet, dann stellt sich doch natürlich die Frage, wo sind sie denn jetzt eigentlich geklaut worden? Ist die Bank gehackt worden oder ist irgendeines dieser sogenannten Fintech-Unternehmen, also Financial Technologies, irgendein Startup gehackt worden, dem du Zugriff auf dein Konto gegeben hattest? Das willst du ja nun zumindest wissen, wo kommen die Daten denn her? Genau, und bei mir zum Beispiel hat eine Bank auch gesagt, ja übrigens, da ändert sich jetzt was mit PST2, ja das ist so ein Fintech-Startup, ja die eigentlich schon technologisch sehr weit vorne sein dürften, aber die wiederum nutzen eine andere Firma, um zukünftig auf mein Konto zugreifen zu können. So, also dann hast du, weißt du, oben wieder um drei Ecken und da muss man dann irgendwie zustimmen, also das könnte unübersichtlich werden, außerdem sagt der VCPV, dass es ein bisschen unklar ist, was dafür Datenschutzeinwilligungen bei diesen Abfragen von Drittanbietern angeboten werden, das ist noch unklar. Und die Frage von mir war, gibt es denn dann zum Beispiel eine Übersicht, also wenn ich mein Konto habe bei der Bank A und ich gewähre fünf Drittanbietern Zugriff darauf, ja, habe ich denn dann irgendwo eine Übersicht, wem ich da Zugriff gewährt habe, welchen Zugriff ich gewährt habe, wann und wie ich den loswerde und einige Banken bieten das wohl an, aber vorgeschrieben ist es angeblich nicht. Gut, aber ich meine, da zeigen jetzt die ersten Erfahrungen mit Banken, Websites, dass die Banken natürlich da eine Übersicht haben und es da auch eine einfache Möglichkeit gibt, diesen Zugriff zu widerrufen, also ich will natürlich jetzt nicht ausschließen, dass da irgendeine Bank auch mal Schmuh macht, aber ich glaube, da sind die Banken schon so schlau, dass sie da so eine Art Wasserhahn schon noch vorsehen, den man den Drittanbietern auch wieder zudrehen kann. Genau, eine andere Gefahr ist, durchaus denkbar, dass die Banken vielleicht auch drauf kommen, dass das ein neues Finanzierungsmodell sein könnte, also das Profil der Kunden zu verkaufen, aber sie dürfen, sagte VZBV, für die Weitergabe der Daten an Dritte über diesen Zugriff keine Gebühren in Rechnung stellen. Das könnte wiederum aber dazu führen, weil das ja auch mit mehr Kosten für die Banken und mehr Aufwand verbunden ist, dass die Gebühren für Girokonten steigen. Ich meine, irgendwie müssen ja diese ganzen IT-Investitionen sich auch wieder lohnen, denn da kann man sich schon vorstellen, diese APIs einzurichten für PSD2 Compliance, das ist im Zweifel nicht ganz billig und man muss natürlich auch sehen, das wird nicht ganz einfach für Kundinnen und Kunden jetzt eigentlich zu entscheiden, ob sie irgendeinem Drittanbieter tatsächlich diesen Zugriff auf ihr Konto einräumen wollen. Die Anfragen werden zunehmen, denke ich, also da werden jetzt viele durchaus legitime und innovative und keine Ahnung irgendwie Dienstleister anklopfen und sagen, hey wir können dir hier eine schöne Auswertung von deinem Konto machen, wir können dir sagen, was schief läuft, wo du für die Alters, für das Alters vorsorgen kannst etc. Nur da jetzt zu entscheiden, ja welcher ist denn ein legitimer und guter Anbieter, die müssen bei der europäischen Bankenaufsicht zugelassen sein und da gibt es auch eine Datenbank, die haben wir euch verlinkt, weil die nämlich extrem schwer zu finden ist. Die bin ich mit dem Mann von der VZBV durchgegangen, sozusagen Link für Link für Link für Link und am Ende haben wir es dann gefunden, also findet ihr dann verlinkt, aber das ist natürlich für den Alltag nicht wirklich zu gebrauchen. Ja und vor allem sagt ja so eine Liste zunächst mal auch gar nichts darüber aus, was diese Anbieter denn jetzt eigentlich taugen. Das heißt also da, wie das immer so ist, wenn ein Markt liberalisiert wird, dann gibt es natürlich gute Player, nicht so gute Player und richtige schwarze Schafe und da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie sich da wieder sowas wie Markttransparenz entwickelt. Aber Philipp, wie bewerten wir denn jetzt eigentlich diese Öffnung des Marktes? Naja, also ich finde, dass Liberalisierung natürlich erstmal gut ist, auch eine neue und standardisierte Kommunikationsmöglichkeit, die den Zugriff auf diese Bankdaten regelt, ist eigentlich eine gute Sache. Würde ich auch so sehen, insbesondere weil es ja grundsätzlich mal europaweit eine einheitliche API geben kann. Wir haben es eben schon gesagt, HBCI, Finte ist es so eine API aus den 90er Jahren, ganz furchtbar zu programmieren, also da kriegt man wirklich Kopfschmerzen, wenn man nur diese Specs, diese Beschreibung liest. Ich bin immer wieder total beeindruckt, dass es Banking-Apps gibt, die mit HBCI fehlerfrei sprechen können. Insofern eine neue API ist sicherlich eine gute Idee, wobei man auch dazu immer sagen muss, es gibt da gar keinen offiziellen Standard für so eine API, die PSD2-complain ist. Das finde ich zum Beispiel komisch. Also das hätte ich jetzt erwartet, dass wenn man schon so eine Schnittstelle etabliert, europaweit, mit der Banken die Kontodaten ihrer Kunden zugänglich machen müssen. Das hat man ja gerade nicht gemacht, das ist ja der Witz. Man hat eben gerade keine europäische einheitliche Schnittstelle geschaffen, man hat nur gesagt, es muss eine geben, aber nicht welche und nicht wie sie aussehen muss. Gott sei Dank allerdings haben dann einige Player so in dem Bankenmarkt quasi das Heft des Handels in die Hand genommen und es gibt also eine freiwillige Einigung ganz vieler Banken auf den sogenannten Standard Access to Account Framework oder kurz XS2A von der sogenannten Berlin Group. Also die Berlin Group ist ein privater Zusammenschluss von Akteuren am Finanzmarkt, ganz viele Banken, aber auch ein paar Fintechs und die haben eben sich hingesetzt und selber einen Standard für eine PSD2-compliant API entworfen und auch veröffentlicht und ehrlich gesagt ziemlich vorbildlich. Es gibt sogar so eine Art Sandkasten, wo man mit dieser API mal spielen kann, auch wenn man selber gar kein Zahlungsdiensteanbieter ist. Also das ist ziemlich gut, die EU-Kommission hat an der Stelle, wie ich auch finde, Philipp, eine ziemliche Lücke gelassen, aber die Privatwirtschaft hat diese Lücke, denke ich, ganz gut geschlossen. Klar, noch nicht alle Banken setzen jetzt diese XS2A API auch korrekt um, ja natürlich gibt es da Anlaufschwierigkeiten, aber es gibt erstmal einen vernünftigen Standard, auch wenn die EU-Kommission keinen definiert hatte, das finde ich schon mal gut. Das größte Problem, glaube ich, was wir jetzt hier im Vorgespräch auch für uns raustestilliert haben, ist das Problem, dass es diese Möglichkeit der Abfrage dieser Kontodaten mit dieser neuen API nur für Drittanbieter gibt. Und ich dachte erst, naja, gut, ist ja jetzt nicht so ein Problem, denn diese Hersteller von diesen schönen Apps, die wir ja alle nutzen und die das Banking so schön attraktiv machen, das sind halt Drittanbieter. Und dann müssen halt jetzt Money Money und Co. und diese ganzen Apps mit den Banken nicht mehr über HBCI oder FinTS reden, sondern sie reden halt mit den Banken über diese neue Schnittstelle. Dauert ein bisschen, ist ein bisschen Umstellung, aber dafür ist es europaweit und einigermaßen standardisiert und ein bisschen neuer und einfacher. Genau, das wäre auch eine schöne Lösung gewesen, dann allerdings hätte PSD2 definieren müssen, dass die Kundinnen und Kunden die API nutzen können. Denn der Witz ist ja, dass bislang Money Money und die anderen Softwareanbieter eben gerade keine Drittanbieter sind, sondern im Grunde stellen die nur eine Software zur Verfügung und der Zugriff kommt dann vom Kunden, nicht vom Hersteller von Money Money, der bekommt meine Kontodaten ja nie. Mit anderen Worten, dann müsste PSD2 einen Zugriff des Kunden oder der Kundin über die neue Schnittstelle nehmen. Und das gibt es nicht. Das ist gerade nicht Teil von PSD2. PSD2 regelt eben tatsächlich nicht, dass Kundinnen und Kunden an ihre Daten mit einer neuen, modernen, schicken API kommen, sondern regelt nur den Zugriff für Drittanbieter. Mit anderen Worten, irgendwelche Startups können über diese API aufs Konto zugreifen, aber nicht Kundinnen und Kunden. Und das ist ein Riesenproblem, denn dann, Philipp, du hast es gerade schon gesagt, müssten Softwareanbieter, wenn sie die neue Schnittstelle nützen wollen, sich selber eben als Drittanbieter zulassen. Und das ist nicht so einfach. Das ist eine Riesenkatastrophe. Wir haben uns mal die Vorschriften auf der Website der BaFin, also der Bundesaufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen angeguckt. Das ist unglaublich kompliziert. Du musst also alleine schon über 8000 Euro Gebühren bezahlen, um überhaupt Zahlungsauslöse Dienstleister werden zu können und einen unglaublichen Wust an Voraussetzungen erfüllen. Mit anderen Worten, das ist für Softwarehersteller kaum zu machen. Also Money Money ist ja hier, das ist glaube ich ein Ein-Mann-Unternehmen. Genau, das ist so eine GmbH aus Berlin, dahinter steht im Prinzip ein Entwickler und der müsste also riesen Klimmzüge machen, wenn er sich da bei der BaFin anbieten will. Und vor allem will er das doch gar nicht. Er will ja gar nicht an Kundendaten ran, er will ja nur eine Software bauen, die es Kundinnen und Kunden ermöglicht, quasi selber auf ihr Konto zuzugreifen. Und das ist das Riesenproblem, dass die EU-Kommission das vergessen hat, den Zugriff von Kundinnen und Kunden über die PSD2-Compliant-API vorzusehen. Oder man kann natürlich jetzt auch so ein bisschen quasi Advocatus Diaboli spielen und sagen, na vielleicht ist das auch nicht vergessen worden. Vielleicht ist das im Grunde eine Lobby-Maßnahme der Fintechs. Also vielleicht ist das gerade eine Lobby-Maßnahme der Finanzdienstleistungsindustrie, die sagen, na wir wollen ja überhaupt nicht, dass Kundinnen und Kunden selber an ihr Konto kommen. Wir wollen ja viel lieber irgendwelche schicken Dienstleistungen. Sondern, also um das klar zu machen, du hast jetzt halt diese schöne Software, die wir nutzen und Drittanbieter wären dann halt Startups, die mit einer eigenen App vielleicht. Oder einer Webseite. Oder einer Webseite und die dann sagen, hey, kauf unsere Dienste, dann kannst du unsere App nutzen und mit der kannst du dann auch auf deine Banken zugreifen. Aber das sind dann halt Startups, die halt die Mittel haben, sich da zu registrieren, die halt eigene Interessen haben. Und die dann an deine Daten kommen. Vielleicht willst du das ja gar nicht. Vielleicht willst du ja einfach nur eine schöne App haben oder ein Programm auf deinem Mac oder auf deinem Windows-Rechner, mit dem du wie so wie seit 20 Jahren über eine Schnittstelle auf deinem Konto zugreifen kannst. Nun muss man wie gesagt sagen, PSD2 enthält da eine Riesenlücke, möglicherweise aufgrund von Lobbyismus, das haben wir so schnell nicht klären können. Dass es bizarrerweise zwar eine schicke neue Schnittstelle verlangt, wenn auch nicht definiert, aber definiert ist sie dann eben durch die Berlin Group quasi privatwirtschaftlich. Aber eben nicht klarstellt, dass auch die Kunden und Kundinnen auf ihr eigenes Konto mit dieser neuen Schnittstelle zugreifen. Jetzt ist es aber so, dass ja jetzt nicht alles zusammenbricht, weil ja parallel zumindest erstmal noch diese alte Schnittstelle, dieses HBCI Plus oder WinTS weiter existiert. Genau, also das ist die zentrale Frage, Philipp, ob HBCI weiter existieren wird. Das ist genau die Frage. Solange es HBCI noch gibt, ändert sich jetzt für Kundinnen und Kunden nicht so wahnsinnig viel. Da können sie weiter sogenannte multibankfähige Apps einsetzen. Diese Apps müssen das insofern anpassen, als über diese Art der Kommunikation jetzt eben diese Zwei-Faktor-Abfrage möglich. Das sind Detailänderungen an HBCI. So, das machen die jetzt, deswegen klappt das jetzt gerade auch manchmal nicht in den Apps. Oder doch, wenn es eine gute App ist. Wenn es eine gute App ist, aber daran hakt das gerade. Aber die kommunizieren erstmal weiter über diesen alten Kommunikationsweg, HBCI oder FinTS, der jetzt so ein bisschen modifiziert wird. Das wird in ein paar Tagen, Wochen irgendwie dann bei den letzten wahrscheinlich auch der Fall sein. Dann geht erstmal alles weiter wie gehabt wahrscheinlich, wenn denn HBCI nicht abgeschafft wird oder abgedreht wird. Genau, und das ist die zentrale Frage. Wie gesagt, Banking-App-Hersteller könnten theoretisch eine Lizenz bei der BaFin beantragen für die neuen PSD2-Abis. Das ist aber keine praktische Möglichkeit, weil es viel zu teuer ist. Im Grunde gibt es also nur zwei Möglichkeiten. Entweder pflegen die Banken HBCI und FinTS im Prinzip dasselbe weiter. Dann gibt es kein Problem. Oder man muss die Voraussetzungen deutlich liberalisieren, die es eben ermöglichen, dass Dritthersteller auf die PSD2-Api zugreifen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man geht gleich konsequent so weit und sagt, nein, auch Kundinnen und Kunden müssen selber über die neuen APIs auf ihr Konto zugreifen. Das wäre mein persönlicher Favorite. Denn es kann ja irgendwie nicht sein, dass die EU-Kommission vorsieht, dass Dritte auf mein Konto zugreifen können. Ich selber aber nicht. Das ist doch bizarr. Oder nur über diese Dritte. Nur über die Dritte. Ja, genau. Nur über Bande. Also da muss man sagen, das ist ein so offensichtlicher Fail, dass man sich wirklich nur am Kopf kratzen kann. Die Frage ist jetzt aber eben, diese Regulierungsänderung auf europäischer Ebene würde sicherlich eine Weile dauern. Und das ist ja auch sicherlich kein Zufall, dass es so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Die Frage ist also, wird HBCI fürs Erste weiter existieren? VZBV sagt, ist auf dem Weg nach draußen. Auf Deutsch wird wohl abgeschafft. Ja, das war deren Aussage. Also da muss man ganz ehrlich sagen, kann man nur hoffen, dass es nicht ganz so kommt. Aber für die Banken spricht leider, leider, das ist das ökonomische Interesse, doch einiges dafür. Denn die Banken wollen natürlich, sagt übrigens auch VZBV, wollen Kundenbindung. Denn sie wollen natürlich nicht nur ein Girokonto verkaufen. Das bringt im Zweifel kein Geld ein. Sondern sie wollen natürlich diesen Kontakt, den sie über das Girokonto aufbauen, nutzen, um andere Finanzprodukte zu verkaufen. Kredite oder sowas. Damit kann man dann Geld verdienen. Deswegen, Banken wollen Kundenbindung. Giro ist quasi so der Fuß in der Tür zu den Finanzen des Kunden. Und da ist es natürlich optimal, wenn ich nicht nur eine Dritt-App einsetze. Wenn ich jetzt nicht nur über irgendeine App auf mein Konto zugreife, sondern wenn ich mich schön über die Website der Bank einlogge. Denn da habe ich dann nämlich noch 50 Werbebanner für irgendwelche lustigen Dienstleister. Also wenn du so eine App hast, so eine Multibanking-App, dann gehst du sehr, 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 sehr selten bis gar nicht zum Online. Ich vermeide das, weil die Bank viel praktischer ist. Und so, wenn sie HBCI abdrehen und man nur über Drittdienstleister zugreifen kann, dann bleibt Kundin, die einfach mal eben so ohne Drittdienstleister ihr Kontostand checken wollen oder eine Überweisung machen wollen, eigentlich sich nur per Browser bei der Bank einzuloggen. Genau. Oder per App, die immer natürlich auch voller Werbung ist. Mit anderen Worten, für Banken gibt es leider, leider, leider einige Anreize, HBCI zu killen. Und natürlich kann man auch damit Kosten sparen. Und nicht zufällig hat eine Bank in Deutschland tatsächlich schon HBCI eingestellt. Also ING Deutschland hat tatsächlich schon für ihre Girokonten HBCI abgeklemmt. Sie sagen jetzt, sie wollen wieder ein Minimal-HBCI einführen, dass man zumindest den Kontostand abrufen kann. Aber Transaktionen sollen weiterhin nicht mehr möglich sein. Und das ist natürlich der Killer. Also das Internet ist jetzt voll von wütenden In-DiBa-Kunden, die sagen, also ohne mich, also ich gehe da weg. Aber das könnte natürlich passieren, dass das nicht die einzige Bank ist. Also das hängt jetzt, glaube ich, auch sehr vom Verhalten der Kundinnen und Kunden ab. Stichwort Abstimmung mit den Füßen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo wir alle unseren Banken klar machen müssen, ohne HBCI bin ich weg. Also das müssen Banken sehr deutlich spüren. Wenn sie HBCI einstellen, dann führt das dazu, dass Kundinnen und Kunden das Konto wechseln. Aber man muss fairerweise auch dazusagen, bislang ist das nur eine Sorge von Philipp und mir. Bislang gibt es eben noch keinen Trend, dass Banken HBCI einstellen. Insofern freuen wir uns. Ja, man muss es einfach fairerweise sagen. Wir wollen jetzt auch nicht auf den Banken rumhacken. Bislang ist es ein schwarzes Schaf, das HBCI abgeklemmt hat. Aber warum kann ich denn jetzt hier mit Ihren Gliber über Mani-Mani kommunizieren? Wahrscheinlich geht es wirklich. Ja. Kannst du auch Transaktionen durchführen? Das habe ich noch nicht probiert. Siehste. Meinst du, ab Abfragen geht? Abfragen sagen sie ja, wollen sie wieder einführen. Vielleicht haben sie es geschafft übers Wochenende. Aber jedenfalls sagen sie offiziell, es gibt keine Möglichkeit mehr Transaktionen über HBCI durchzuführen. Vielleicht baut natürlich jetzt Mani-Mani, weil der Entwickler so engagiert ist, irgendwie so ein Web-Scraping ein. Dass er eben quasi intern einen Webbrowser aufmacht und so. Aber jedenfalls im Großen und Ganzen muss man sagen, hat die Bank offiziell auf ihrer Website angekündigt, HBCI zu killen. Aber wie gesagt, das ist ein schwarzes Schaf. Das muss man fairerweise dazu sagen. Noch sind die allermeisten Banken so fair, dass sie ihren Kundinnen und Kunden weiter einen komfortablen Zugang bieten über HBCI. Sodass man eben Drittanbieter-Software nutzen kann. Und wir wollen einfach hoffen, dass es dabei bleibt. Denn wie gesagt, der europäische Gesetzgeber hat an dieser Stelle die Kundinnen und Kunden leider nicht gut geschützt. Weil eben der Kundendirektzugriff über die neuen APIs nicht Teil der PSD2-Regulierung ist. Und ich finde, Philipp, wenn man da mal einen Schritt zurücktritt, das klingt jetzt nach einem wahnsinnig technischen Thema. Aber es ist natürlich für ganz viele Menschen in Deutschland relevant, wie sie auf ihr Konto zugreifen können. Ob das kundenfreundlich funktioniert oder eben nicht. Und ich finde, es ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass eine Regelung auf europäischer Ebene erst so richtig wahrgenommen wird und diskutiert wird, wenn es viel zu spät ist. Ich weiß nicht, hattest du das auf dem Zettel? Nö. Nee, das hatte ich auf keinen Fall auf dem Zettel. Und ich habe ja so ein bisschen am Rande so mitgelesen und war dann unter dem falschen Eindruck, dass nämlich Multibanking weitergehen soll, auch mit dieser neuen Schnittstelle. Aber wenn HBCI weg ist, dann funktioniert das halt nicht mehr. Und dann ist man, wenn man das ein bisschen ausführlicher haben will, wahrscheinlich gezwungen, über Drittanbieter zu gehen, die wieder schwer zu verifizieren sind, ein bisschen schwerer zu kontrollieren sind. Und wo das mit dem Datenschutz irgendwie nicht so richtig transparent ist. Man will das doch vielleicht einfach gar nicht. Man will das vielleicht auch gar nicht. Vielleicht will ich doch einfach gar nicht, dass irgendein Drittanbieter meine Kontendaten hat. Vielleicht will ich einfach so wie früher ganz einfach mit meiner Bank sprechen über eine vernünftige API. Und insofern, wie gesagt, man kann nur an die Banken in Deutschland nur appellieren, lasst HBCI leben. Jedenfalls so lange, bis PSD2 auch den Kundenzugriff direkt erlaubt. Und das wäre vielleicht ein, das war ehrlich, habe ich nicht geschafft, so ganz kurzfristig zu klären, ob denn PSD2 es erlauben würde, diese neue API, die die Berlin Group entwickelt hat, auch direkt quasi als HBCI-Ersatz für die Kommunikation Kunde-Bank einzusetzen. Wie gesagt, spezifiziert ist das für diese Dreiecksbeziehung, ja, Drittanbieter-Bank und dann Kunde-Drittanbieter. Ich finde es total spannend, vielleicht können uns ja die Banking-Nerds unter den Zuhörerinnen und Zuhörern dazu was sagen, ob man nicht einfach die Access-for-All-Spezifikation der Berlin Group so weit aufbohren könnte, dass die auch für Kundendirektzugriff tauglich wäre. Dann könnte man nämlich HBCI tatsächlich abschaffen, wenn Kundendirektzugriff über die neue API möglich wäre. Das würde mich mal interessieren, ja. Zum nächsten Thema, wir gucken nochmal ein bisschen über den Kanal nach Großbritannien, da hat es in Sachen Brexit in dieser total chaotischen Politikwaschmaschine, die wir da beobachten, diese Woche zwei ganz interessante Bewegungen gegeben, über die wir euch kurz ins Licht setzen wollten. Das eine ist natürlich, dass das Parlament jetzt schon, wie berichtet, in die Zwangsferien geschickt wurde, allerdings hat dagegen jemand geklagt, Abgeordnete haben geklagt und erst wurde die Klage abgewiesen, dann hat jetzt ein schottisches Berufungsgericht aber gesagt, illegal, diese Zwangsferien sind illegal, wie das so im Zitat in der Urteilszusammenfassung hieß, null and of no effect. Also null und wenn man so sagen will, nichtig, offen ließen die Richter aber, wie es denn jetzt weitergehen soll, ob das das heißt, dass das Parlament dann auch jetzt heute mehr oder weniger weiterarbeiten kann, das ist noch offen, denn nächste Woche wird der UK Supreme Court darüber entscheiden, drei Tage wird es eine Anhörung geben und dann wohl nächste Woche eine Entscheidung, was denn jetzt mit den Zwangsferien ist, in die die Regierung die Parlamentarier geschickt hat. Das Gericht hat das auf eine ganz interessante Art begründet, nämlich so sinngemäß, dass Boris Johnson die Queen belogen hat, also die Queen hat sich am Ende abgenickt und letztlich in Kraft gesetzt und der Queen hat Boris Johnson gesagt, ja wir brauchen diese längeren Ferien für das Parlament, weil wir unser neues Regierungsprogramm ausarbeiten müssen, was die Queen dann in ihrer Queen redet im Parlament vorstellen soll. Und es ist aber aktenkundig geworden, dass die Absicht und das Motiv dahinter ein ganz anderes ist, nämlich einfach, dass Boris Johnson und seine Regierungsberater das Parlament gerne ruhig stellen würden, damit es nicht dazwischen funkt, während sie versuchen aus der EU auszutreten und ihren Brexit zu machen. Und das war ganz interessant, ich habe da diesen Remaniacs Podcast gehört, kann ich euch empfehlen, da wurde berichtet, dass das Gericht natürlich Beweise angefordert hat, auf der einen Seite hatten sie Beweise über die wahren Motive der Regierung, also Parlament stillstellen und hat dann aber auch die Regierung aufgefordert, ihre Motive mal zu belegen. Und angeblich hat die Regierung niemanden gefunden, der sozusagen ein Papier unterschreibt, in dem steht, ja unser wahres Motiv war, wir wollten die Regierungserklärung fertig formulieren, weil offensichtlich da niemand mit einer Lüge vor Gericht aktenkundig werden wollte. Also das ist sozusagen das, was nächste Woche noch passiert, die endgültige Entscheidung darüber, ob das rechtmäßig war, das Parlament so lange in die Ferien zu schicken. Und da finde ich ganz interessant, das ist ein Hinweis, finde ich, den man auch in Abgrenzung zu anderen Ländern mal machen kann, hier gibt es halt Parlamentarier, ein Parlament und auch eine konservative Partei, die sich gegen ihren sich autokratisch gerierenden Parteichef und Premierminister zur Wehr setzt und einfach nicht hinnimmt, dass da Rechte torpediert werden und die Partei quasi okkupiert wird, wie das manche gesagt haben und umgepinselt wird in eine Brexit-Partei. Was machen die denn jetzt eigentlich ganz genau, die Parlamentarier? Naja, also die sind zum Teil, hängen die so ein bisschen in der Luft, also ich habe ein Interview gehört mit einer von den Labour-Leuten, zum Teil stehen die ja auch vorm Parlament und sagen, wir wollen rein, aber es ist so ein bisschen ein Void, wie die das immer gesagt haben, also so ein bisschen in den Leerraum. Das Gericht hat gesagt, diese Zwangsferien-Prorogation ist null und nichtig, gleichzeitig haben sie nicht gesagt, ja, das Parlament muss wieder geöffnet werden, Sitzungen sollen stattfinden, es finden wohl so Schattensitzungen statt, also die treffen sich wohl zum Teil so und machen einfach so ein bisschen weiter, als gäbe es keine Ferien, aber das ist so ein, die hängen so in der Luft, da weiß keiner so richtig, wie das weitergehen soll, nächste Woche wird es da wohl ein bisschen Klärung geben. Montag trifft sich Boris Johnson mit dem noch agentierenden Chef der EU-Kommission, Herrn Juncker in Brüssel und das ist so die Frage, was wird da besprochen und die neue Option scheint zu sein ein anderer Backstop. Wobei man fairerweise glaube ich immer dazu sagen muss, also so eine völlig neue Option ist das ja auch nicht, denn das war ja auch vorher schon eine Diskussion. Genau, also dieser Backstop bedeutet, die EU will um jeden Preis verhindern, dass beim Austritt des Vereinigten Königreichs eine Grenze wieder auftaucht zwischen der ja immer noch europäischen irischen Republik und der ja im Vereinigten Königreich sich befindlichen Nordirland. So, das ist ja momentan alles EU, wenn das Vereinigte Königreich komplett austritt, dann müsste es eine Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland geben, da könnten dann Konflikte wieder neu aufflammen, das will die EU um jeden Preis verhindern und bisher war sozusagen der Deal, wir haben diesen Backstop, das heißt bis die EU und das Vereinigte Königreich sich nicht auf ein Freihandelsabkommen geeinigt haben, würde das Vereinigte Königreich komplett in der Zollunion bleiben, um eben eine Grenze zwischen Irland und Nordirland zu verhindern. Eine Option, die es immer schon in der Diskussion gab, war hey, warum lassen wir nicht Nordirland und Irland in einer Zollunion, damit da keine Grenze entsteht und machen eine Zollgrenze in der irischen See zwischen der Insel Irland und dem restlichen Königreich. Aber da kann man natürlich schon sich vorstellen, wie dann die Vertreter gerade so der nordirischen Unionistenbewegung 180 Puls kriegen, weil dann ja im Grunde sowas wie eine Grenze, wenn auch nur eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest des UK entstehen. Absolut und das war auch immer der Grund, warum diese DOP dagegen gewettert hat und Theresa May hat damals gesagt, das kriegen wir nie durch, weil ihre Mehrheit eben von dieser DOP abhängt. Nun ist es aber so, dass Johnson seine Mehrheit ja ohnehin verspielt hat, nachdem er ja immerhin einige Leute aus der Fraktion rausgeschmissen hat. Ich glaube, es war sogar nicht nur die Fraktion übrigens, ich glaube, der hat die richtig aus der Partei rausgeworfen. Da bin ich mir jetzt nicht, ich habe das jetzt ein paar Mal noch gehört, ich habe das noch nicht nachrecherchiert, aber jedenfalls aus der Fraktion sind sie raus und der hat auf jeden Fall seine Mehrheit verloren. Und jetzt ist es so ein bisschen egal, jetzt muss er auf die DOP auch keine Rücksicht mehr nehmen. Jetzt muss er halt irgendwie diesen Vertrag durchkriegen und wenn er sozusagen es schafft, mit der Europäischen Union so einen anderen Backstop zu verhandeln, wo, wenn der Vertrag durchgeht, bis zu einem neuen Freihandelsabkommen nicht mehr das Vereinigte, komplette Vereinigte Königreich in einer Zollunion bleiben müsste, sondern nur Nordirland oder die beiden Länder auf der Insel, dann könnte das vielleicht was sein, wo die Mehrheit des Parlaments zustimmt, auch wenn die DOP dagegen ist. Das ist so eine Kalkulation, die gerade im Raum steht und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ich bin vor allem mal gespannt, ob Boris Johnson wirklich überhaupt loyal verhandelt, ob er dieses Parlamentsmandat, das ihm da erteilt worden ist, ja gegen seinen Willen wohlgemerkt, ob er das denn tatsächlich umsetzt oder ob er da in Brüssel im Wesentlichen Tricks untäuscht. Das ist wirklich, das ist finde ich nicht selbstverständlich, also normalerweise würde man ja denken, in einer Demokratie ist es völlig selbstverständlich, dass der Regierungschef das Mandat des Parlaments diesen Beschluss mit diesem und jenem Mandat nach Brüssel zu gehen auch umsetzt. Bei Boris Johnson bin ich davon noch lange nicht überzeugt. Aber dieses Mandat, was sie ihm mitgegeben haben, um eine Verschiebung des Brexit zu bitten, das gilt ja erst, wenn er am 19.10. keinen Vertrag hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, er will zwar um jeden Preis raus, aber wenn er einen Vertrag bekommt, den er irgendwie verkaufen kann als, ich habe den neu verhandelt, das würde der ja nicht mehr Backstop nennen, sondern da ist dann sowas wie All-Ireland-Economy. Weißt du das Stichwort? Ich glaube, Backstop ist natürlich verbrannt. Backstop kannst du nicht mehr sagen, aber wenn er sagt, der Backstop ist raus, es gibt eine All-Ireland-Economy und das Parlament dann zustimmt, bei Johnson ist alles denkbar, aber wenn das seine Option wäre, dann müsste er nicht um die Verlängerung bitten, er hätte einen Vertrag, er wäre am 31. Oktober draußen. Das stimmt, das könnte aus seiner Sicht eine relativ attraktive Option sein, das stimmt. Schauen wir mal, was daraus wird. Es bleibt weiterhin spannend. Wir kommen zu einem etwas ausführlicheren Feedback-Blog. Wir hatten so viele Kommentare wie, glaube ich, noch nie. Ja, wir hatten jetzt über 300 Kommentare. Dazu kann ich nur sagen, wir arbeiten ja dran, das noch ein bisschen übersichtlicher darzustellen. Wir haben da in der Tat jetzt auch die ersten ganz konkreten Schritte unternommen. Ja, insofern haltet aus, denn das ist natürlich inzwischen wirklich kaum noch zu managen, weder für uns jetzt als Redaktion, die wir diese Kommentare ja auch bearbeiten müssen, sondern freischalten müssen, lesen müssen, ob wir sie wieder runternehmen müssen, wenn sie irgendwelche rechtswidrigen Inhalte enthalten. Und es ist natürlich auch für euch schwierig, das noch zu lesen, was am Anfang kommentiert wurde. Das kann ja keiner mehr im Blick behalten. Also wir haben das als, wie soll ich sagen, als offenes Thema im Blick und wollen uns dieses Themas auch annehmen. Auf jeden Fall haben wir uns sehr, sehr gefreut über die vielen Kommentare in dieser Woche, die ganz, ganz unterschiedlich waren. Ihr habt euch sehr gefreut über das Thema Schulsozialarbeiter, habt ganz viele Praxiserfahrungen beigesteuert aus den verschiedenen Schulen, in denen ihr arbeitet oder mit denen ihr zum Beispiel als Eltern zu tun habt. Das fanden wir sehr, sehr spannend, lohnt sich auch wirklich zum Nachlesen, insbesondere für politisch Verantwortliche. Ja, soll ja auch Menschen unter den Hörerinnen und Hörern geben, die selber zum Beispiel als Bildungspolitiker Verantwortung tragen dafür. Schaut mal in die Kommentare, wo es da brennt. Aber wir wollen jetzt vor allem eingehen auf das Stichwort SUVs nochmal, denn das war wahrscheinlich so das Thema, das in dieser Woche am meisten kritische Stimmen provoziert hat. Und dem wollen wir uns natürlich stellen, denn wir haben dabei nochmal eine Menge gelernt. Und um das so ein bisschen zu strukturieren, haben wir uns mal überlegt, dass es da mehrere Ebenen zu unterscheiden gibt. Also das Erste sind ja wie immer die Fakten. Also da war die Kritik, es wurde zu pauschal von SUVs gesprochen. Es gibt aber verschiedene, auch sparsamere und kleinere. Und daher stellt sich die Frage, ist SUV fahren eigentlich falsch? Genau, oder wenn, um welche geht es? Um wenn, um welche, also so ein bisschen so eine definitorische Präzision. Genau, die zweite Frage, die man sich stellen kann, ist, soll man jetzt SUV-Fahrende tatsächlich ansprechen? Das war der Appell, den wir ausgesprochen haben. Genau, und das ist nämlich die dritte Frage, die muss man davon noch trennen. Die Frage ist, soll man SUV-Fahrende ansprechen, ist das generell richtig und falsch? Und die dritte Frage ist, soll ein journalistischer Podcast dazu aufrufen? Wie immer machen wir das der Reihe nach. Ganz genau. Zunächst mal erstes Problem, das muss man einfach mal sagen, Asche auf unser Haupt. Wir hatten eine etwas zu enge Vorstellung dessen, was so alles unter SUV gehandelt wird und auf den Fahrstraßen unterwegs ist. SUVs sind natürlich nicht immer schädlicher als andere Autos, einfach deswegen, weil schon die Definition von SUV unklar ist. Und da herzlichen Dank an Arne, der uns einen ganz ausführlichen Kommentar geschrieben hat. Das waren viele ausführliche, aber den haben wir jetzt mal exemplarisch rausgegriffen. Denn er sagt, in seinen Augen ist unser SUV-Bashing etwas, in Anführungsstrichen, schreibt er das, überdenkenswürdig. Also er meint wahrscheinlich sehr überdenkenswürdig. Denn es ist schlicht und ergreifend falsch, dass SUVs mehr verbrauchen und größer sind als andere Fahrzeuge. Wir ersparen euch jetzt mal die Details. Die ganzen Zahlen könnt ihr in Arnes Kommentar nämlich nachlesen. Aber das Kernproblem ist, dass es viele, viele kleine SUVs gibt. Er nennt als Beispiel den Dacia Dasta, den Mazda CX-3 und den Opel Crossland. Da sagt er, die sind alle kleiner als ein normaler Golf-Variant. Problematisch, und das sind nämlich genau auch die SUVs, die wir meinten, sind so diese Riesenkisten vom Typ BMW X7, Audi Q8 und so weiter. Wir meinten, als wir von SUVs sprachen, deswegen haben wir die ja auch so etwas scherzhaft als Panzer bezeichnet. Wir meinten diese Riesenautos. Ja, alles richtig. Wenn man Begriffe benutzt, dann soll man auch präzise sie benutzen. Oder wenn die Begriffe nicht präzise sind, dann muss man sagen, was man meint. Was man meint, das ist richtig. Aber um das nochmal klarzustellen, ob die Dinger jetzt SUVs heißen oder nicht. Aber uns ging es bei dieser Kritik um riesige, völlig unverhältnismäßig große Autos. Genau, die dann außerdem auch noch viel Sprit stufen. Und da wissen wir, was da gemeint ist, ob die jetzt im Einzelfall dann der aufgeblasene Passat, der höher gelegt und keine Ahnung sein sollte, oder der Porsche Cayenne oder so, geschenkt. Aber es geht um einfach zwei Tonnen schwere Autos, die jenseits der 200 Gramm CO2 ausblasen und man damit durch die Stadt fährt. Das war der Typ Auto, um die es ging. Und dann muss man natürlich auch noch einschränken. Auch da hatten wir Kommentare, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Natürlich gibt es sogar für solche Autos noch in Einzelfällen Gründe. Wir hatten so genannt den Jäger oder so den Landwirt, der damit über die Äcker fährt, mag sein. Aber es gibt zum Beispiel auch Menschen, das fand ich interessant, da hatte ich nicht dran gedacht, die gehbehindert sind. Und für die es halt wesentlich leichter ist, in ein sehr hohes Auto einzusteigen, als sich quasi fallen zu lassen in ein normales Auto. Da gibt es aber auch Autos, ich kenne jetzt keine Typen, aber ich weiß es aus der Familie. Da gibt es halt auch Autos, die sind ein bisschen höher gebaut, aber wiegen halt keine zwei Tonnen und pusten das Zeug nicht durch. Ich sage nur, man muss immer so ein bisschen in den Blick nehmen, es kann eben auch durchaus Gründe geben für ein großes Auto. Aber was wir meinten, sind diese großen Autos, insbesondere in der Stadt, die eben riesig sind, die Sprit fressen und die man im Grunde weder in der Stadt noch auf dem Land braucht. Klammer auf, einzelne Ausnahmen mal hinten an. Da war auch ein sehr interessanter Artikel in der Süddeutschen Zeitung in dieser Woche, der außerordentlich lesenswert ist, weil er so ein bisschen mal versucht, in die Psychologie einzutauchen, des Fahrens solcher Riesenautos. Wir meinen eben nicht die klitzekleinen, süßen SUVs, wenn es die denn geben mag, sondern wir meinen diese fetten Panzer. Und da sagt er, naja, diese Autos haben eben auch eine gewisse kommunikative Bedeutung. Und so ein Auto zu fahren, bedeutet, ich schotte mich ab gegenüber meiner Umwelt und es ist mir wurscht, was ich verbrauche und es ist mir wurscht, was ich so anrichte und wie viel Platz ich verbrauche. Das ist so quasi so der Auto gewordene Egoismus. Und es ist ein Riesenstatusgewohl. Genau, so die SZ, das ist jetzt so ein etwas zusammengefasstes Zitat dieses SZ. Und ich kann das Gefühl ja auch nachvollziehen. Mein Gott, also ich saß ja auch mal im SUV. Und natürlich ist das ein spezielles Gefühl, wenn du völlig abgeschottet von der Umwelt mit getönten Scheiben höher als alle anderen in deinem klimatisierten Ding setzt. Natürlich ist das ein sehr mächtiges, erhabenes und auch sicheres Gefühl, wo man sagt, ja, mein Gott, wo sich schnell auch so der Reflex einstellt, naja, mir kann eh keiner was. Na klar, trotzdem rechtfertigt das das nicht in meinen Augen. So, jetzt ist die zweite Frage. Das ist quasi die Antwort auf die Frage, was sind eigentlich SUVs und was meinten wir mit unserer Kritik? Wie gesagt, wir haben die nicht präzise genug formuliert, aber das war das, was wir eigentlich sagen wollten. Punkt zwei, soll man SUV-Fahrende ansprechen? Genau, und das ist wahrscheinlich so der Punkt, der die meiste Kritik auf sich gezogen hat. Da wurde vor allem kritisiert, dass eben jeder im Grunde tun und lassen kann, was er will. Und dass es einfach übergriffig sei, Menschen darauf anzusprechen, was sie tun, sofern das nicht verboten ist. Das finde ich nicht. Ich finde, wenn Leute sich im öffentlichen Raum bewegen, auf so eine Art, kann man sie ansprechen. Das ist eine Art, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, die eben auch die Freiheit anderer berührt. Was Platzverbrauch angeht, was Abgase angeht, was Sicherheit im Straßenverkehr angeht. Und da finde ich, ist es total legitim, solche Leute zu fragen, warum und freundlich. Das hast du ja auch gesagt, Philipp. Ganz wichtig. Ganz freundlich. Freundlich, offen, zuhörend in eine Diskussion zu kommen und diesen Leuten das auch zu vermitteln, dass man das, wenn das denn so ist, also wenn ich das machen würde, dann würde ich sagen, ich finde das unangemessen. Ja, ich finde das eine sehr interessante Frage, deswegen haben wir die auch mal so rausgegriffen und nochmal explizit quasi so als Unterüberschrift in diesem Blog in der Lage genommen. Natürlich kann man jetzt argumentieren, das sei übergriffig, jeder dürfe im Prinzip machen, was er will. Aber uns ging es dabei ja auch darum, sowas wie eine gesellschaftliche Missbilligung von SUVs zu erreichen. SUV ist immer gemeint als Straßenpanzer, ja, nicht die kleinen, süßen und so und auch nicht die Menschen, die sie brauchen. Aber jedenfalls grundsätzlich ging es uns darum, die gesellschaftliche Bewertung des SUV-Fahrens so ein bisschen zu verschieben. Und das finde ich zum Beispiel sehr interessant, vielleicht mag man heute noch sagen, das sei ja übergriffig. Aber was quasi auch innerhalb des nicht verbotenen Verhaltens okay ist und was nicht okay ist, das unterliegt ja gesellschaftlichen Entwicklungen. Also Beispiel, auf den Boden spucken, machen heute noch Teenager, wenn sie in einem Kreis stehen und rauchen. Aber das war ja gesellschaftlich viel weiter anerkannt. Also bis in die 50er Jahre war das irgendwie völlig normal, dass man irgendwie auf den Boden spuckte, wenn einem danach war. Manche, weil sie Kautabak genommen haben, aber auch einfach so. Und dann irgendwann in den 50ern kamen so die Schilder auf in der Straßenbahn und so, bitte nicht auf den Boden spucken. Und heute ist es völlig abartig, ja, außerhalb von Teenager-Kreisen. Auch Pelzmäntel ist auch so ein Ding, ja. Leute liefen jahrzehntelang völlig schamfrei mit Pelzmänteln durch die Gegend. Genau, Nerze. Nerze, die von Tieren stammen, die irgendwie gequält und getötet wurden. Genau, und dann in den 80ern nämlich haben Tierschütze angefangen auf diesen Wahnsinn hinzuweisen, der in diesen Nerzfarmen herrscht. Heute muss man sagen, sind Nerze kaum noch zu tragen. Also wenn man natürlich jetzt irgendwie Filmstar ist oder so, dann mag das noch okay sein. Aber im Prinzip ist das sowas, wo man einfach gesellschaftlich gesehen hat, das geht nicht. Das ist quasi so eine Art Materialisierung von Tierquälerei, kann man nicht machen. Oder Müll in die Landschaft. Müll einfach irgendwo hinwerfen. Gibt es immer noch, klar, wird auch immer noch gemacht. Aber es ist schon eine Sache, die geächtet wird. Genau, und das ist halt einfach. Und da ist es auch legitim zu sagen, zu jemandem zu gehen, der irgendwie seine Dose hinwirft, ja. Den nicht anzuschneiden, sondern hey, komm, kannst du das nicht kurz im Müll werfen? Kannst du es nicht kurz, oder ich sage dann immer, du hast da was verloren, dir ist da was runtergefallen. Genau, das ist noch geschickter, weil das ist nicht so ein kritischer Aspekt. Das ist nicht so aggressiv und dann kann er immer noch sagen, oh ja, sorry, habe ich nicht gesehen, danke für den Hinweis. Genau, also eine Hörerin zum Beispiel schrieb uns in sehr deutlichen Worten, sie wolle sich nicht für ihr SUV-Fahren rechtfertigen müssen. Und da kann man natürlich sich formal auf den Standpunkt stellen, das ist ja auch legal, was sie tut. Aber ich finde, ehrlich gesagt, in einer Gesellschaft setzt Gott sei Dank, möchte ich sagen, Gott sei Dank Moral deutlich vor dem ein, wo das Verbotene anfängt. Das Bundesverfassungsgericht sagt in ständiger Rechtsprechung, dass das Strafrecht so quasi die Ultima Ratio ist. Also das schärfste Schwert der Sozialkontrolle, das Letzte, was der Staat machen kann, ist etwas zu verbieten und unter Strafe zu stellen. Und weit vor diesem, was tatsächlich verboten ist, gibt es eine ganze Menge an Verhalten, das einfach nicht okay ist. Und ich bin ehrlich gesagt froh, wenn wir als Gesellschaft uns moralische Normen unterhalb des Strafrechts geben, die einfach sagen, das mag ja nicht verboten sein, da gehst du nicht in den Knast für, aber das ist trotzdem überhaupt nicht okay, was du da machst. Und da ist es eben gerade eine Frage der Kommunikation, da muss man dann eben drüber reden. Wie gesagt, nicht pumpig und so, sondern ich bin da ein bisschen zurückhaltender, Philipp, als du, aber im Ergebnis finde ich das auch. Man muss da einfach mit den Menschen drüber reden, man muss einfach jedenfalls mal vorsichtig fragen, warum sie das denn tun. Und wenn dann irgendwie jemand sagt, na, meine Frau ist gehbehindert. Genau, ich bin körperbehindert oder so und dann sagt man, ja, okay, alles klar. Okay, kann ich verstehen, aber wenn man einfach sagt, ich finde es halt geil und ich kann es mir leisten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da wenig Verständnis für. Aber wie gesagt. Und man kann auch, wenn man, wenn man in so eine Kommunikation geht, ja, und das möglichst höflich und nicht so eskalierend gestalten möchte, es ist immer gut, von sich zu erzählen. Ja. Erst mal anzufangen, nicht du mit deinem SUV und du versperrst hier und du verschmutzt da, sondern zu sagen, ich, wenn ich hier durch die Stadt gehe und ich lebe hier so und ich sehe dieses Auto, dann frage ich mich, muss das sein? Wobei man da muss man zum Beispiel sagen, das wäre, da muss ich zum Beispiel sagen, würde ich noch sagen, leben und leben lassen, einfach nur, dass ich mich frage, würde mir noch nicht reichen. Ich würde eher dazu. So kann man ja anfangen. Ich würde, ich würde das glaube ich schon ein bisschen, ich würde die Latte quasi, ab der man wirklich so diesen Schritt tun kann, andere Menschen in Rechtfertigungszwang zu bringen, diese Latte würde ich etwas höher hängen und ich würde dann, ich würde dann zum Beispiel sagen, warum soll sie sich denn rechtfertigen müssen oder erklären müssen, eine SUV-Fahrerin zum Beispiel. Na, sie trägt dazu bei, dass die Straßen gefährlicher werden, sie trägt dazu bei, dass das Klima ruiniert wird und zwar unser aller Klima und sie trägt auch dazu bei, dass die Städte vollgeparkt sind und für Radwege kein Platz ist. Das ist richtig. Weißt du, ich würde ja schon, nur, das stört mich, das finde ich ist gerade, da ist die Schwitter zur Illiberalität überschritten, das geht dann nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, ich finde das aber als erste Stufe, als erste Kommunikationsstufe ganz sinnvoll, weil das gibt dem Gegenüber, der Frau oder dem Mann zu sagen, ja, kann ich verstehen, weißt du, auf einer ganz niedrigen Ebene anzufangen. Wenn das Gegenüber dann sagt, was geht sie das denn an, dann kann man sagen, naja, sie parken, sie verschmutzen, Unfallgefahr, weißt du, mein Kind, das ist dann die nächste Stufe. Ja, aber um erstmal so auf einer möglichst ganz vorsichtigen Stufe in sowas reinzukommen, ist es, glaube ich, können die Kommunikationswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Psychologen, Psychologinnen unter euch auch mal was zu sagen, aber habe ich das Gefühl, es ist gut, von sich zu erzählen, weil das erstmal am defensivsten ist und dem Gegenüber am wenigsten aggressiv gegenüber tritt, so du sollst, dass man dann dahin kommen kann, in der zweiten oder dritten Stufe, wenn das anders geht. Das zu begründen. Das zu begründen, fein. Aber vielleicht sagt das Gegenüber ja der oder die ja auch, ja, sie haben schon recht und naja, vielleicht kommt man ja in so einen konstruktiven Dialog und der andere steht nicht sofort an der Ecke und hat das Gefühl, was soll ich mich hier rechtfertigen, gehen nach Hause. Also ich finde es jedenfalls sehr schön, dass wir auch so viel Kritik bekommen haben zu diesem Punkt, weil es uns einfach dazu gebracht hat, nochmal drüber nachzudenken und ich glaube, ganz wichtig ist dieser Gedanke, stellt euch vor, es ginge nicht ums SUV fahren, sondern stellt euch vor, es ginge um Menschen, die ihren Ölwechsel am Straßenrand machen und das Altöl in die Kanalisation laufen lassen, ja. Den gab es nicht immer, diesen Konsens gab es nicht immer und ich glaube, die Menschen, die sich jetzt furchtbar geärgert haben, teilweise auch, ich finde das ja andererseits schön, wenn das natürlich zeigt, dass sie sich mit der Lage auseinandersetzen, ja. Man ärgert sich ja nur über Menschen oder über Formate, die einem irgendwie am Herzen liegen, deswegen hat es auch immer so ein bisschen was ja von einer sehr positiven emotionalen Botschaft, wie gesagt, vielen Dank für diese Kommentare, aber zugleich möchten wir einfach dazu einladen, nochmal einmal unsere Gedanken nachzuvollziehen, wieso wir glauben, dass man da einfach die gesellschaftliche Bewertung beim SUV fahren verschieben muss. So, dritter Punkt und das, da wird es jetzt richtig spannend, dürfen wir als Lage sowas sagen? Also und da würde ich sagen, fangen wir an, also juristisch sowieso dürfen wir, journalistisch würde ich sagen, dürfen wir auch, denn die, also sagen wir mal, denn zum Journalismus gehört auch der Kommentar, dass man also seine Meinung kundtut und zu einem Kommentar, ich habe das jetzt zum Beispiel auch noch im Guardian gesehen, da ging es dann um Amazonasbrände und so, haben sie auch in einem Kommentar ganz klar Handlungsanweisungen gegeben, wenn ihr was dagegen tun wollt, tretet eine Partei ein, macht dies, macht das. Also das kann auch so ein Appellativen, ein Kommentar kann auch einen appellativen Charakter haben mit Handlungsanweisungen und Handlungsempfehlungen für die, die lesen oder hören. So, die Frage, die sich, die wir uns stellen müssen, es ist das, was wir wollen von der Lage und das, und das, das nächste ist, es ist das, was ihr da draußen, als Hörerin und Hörer von der Lage wollt und darüber kann man natürlich diskutieren. Genau, und ich finde, da muss man, glaube ich, einen kleinen Schritt nochmal zurück machen und weg von diesem konkreten Beispiel und sich mal so die Frage stellen, wie haltet ihr es denn mit der Neutralität? Das ist Neutralität oder eben auch links, rechts, das sind so Begriffe, die in der Bewertung der Lage immer wieder eine Rolle spielen und hier wurde uns zum Beispiel vorgeworfen, so ein Appell sei eben nicht journalistisch. Und ich würde denken, da muss man wiederum so ein bisschen differenzieren. Also natürlich bemühen wir uns, die Fakten zu einem Fall immer komplett darzustellen und zwar vollständig und selbstverständlich darf man bei der Auswahl dessen, was man über einen Fall, über ein Thema berichtet, nicht irgendwie die eigene Meinung mitschwingen lassen. Oder das Wesentliche unterschlagen. Genau, das geht einfach natürlich nicht. Die Fakten müssen zum einen stimmen, sonst versuchen wir sie ja in der nächsten Folge auch zu korrigieren. Gott sei Dank haben wir inzwischen so viele Hörerinnen und Hörer, dass alle Fehler, glaube ich, auffallen. Wir kriegen alles kommentiert, was irgendwie nicht stimmt und manchmal auch noch eine ganze Menge mehr, was stimmte. Also die Fakten müssen stimmen und sonst korrigieren wir sie, das ist selbstverständlich. Ich glaube aber nicht, was von uns mitunter verlangt wird, dass wir auch neutral bewerten können. Ich glaube, das ist ein Widerspruch in sich. Die Bewertung eines Sachverhalts finden wir das Gute, was wir so als Lagesicht der Dinge manchmal auch ankündigen. Wie sehen wir denn das jetzt, Philipp? Ich glaube, eine solche Bewertung kann überhaupt nicht neutral sein. Eine Bewertung ist notwendigerweise subjektiv. Sie muss natürlich fair bleiben. Sie darf jetzt nicht demagogisch werden, sie darf nicht die Fakten verdrehen und so weiter. Aber es gibt in dem Sinne keinen völlig neutralen Journalismus. Bei den Fakten, klar, tendenziöses Weglassen geht gar nicht, aber bei den Bewertungen gibt es keine Neutralität und das kann aus meiner Sicht auch nicht das Ziel sein. Denn so wie ich das wahrnehme aus den Kommentaren, hören ja viele Menschen die Lage, gerade auch wegen der persönlichen Einschätzung. Man muss die ja nicht teilen, das schreiben uns ja auch ganz viele. Ich bin in einer jungen Union zum Beispiel, lese ich ganz häufig und ich finde es einfach spannend. Ich teile manches, ich teile manches auch nicht und es ist auf jeden Fall politische Bildung, sich an euch zu reiben oder von euch zu lernen. Und das finde ich eine geniale Haltung zu sagen, ich bin nicht immer eurer Meinung, aber ich finde es interessant, was ihr zu sagen. Also ich würde auch sagen, allein schon die Auswahl der Fakten, die wir gewichten und das ist schon alles nicht neutral und wir bemühen. Die Auswahl der Themen und auch die Fakten, ich meine da gibt es immer welche, die fehlen und die wir rauslassen, weil wir der Meinung sind, dass es nicht so entscheidend ist und so natürlich, wir können nicht alles auflösen, sondern wir nehmen das, was wir für wesentlich halten. Ich finde den Begriff aus dem Englischen fair, das finde ich einen ganz zentralen Moment, dass wir Leuten, über die wir reden oder auch persönlich gegenüber treten könnten und das Gefühl haben, haben wir das versucht, so gut es geht abzubilden. Genau, genau. Wie viel liefern wir Fakten, wie viel stellen wir beide Seiten dar, wie viel Raum kriegt unsere eigene Meinung. Ich denke, dass beides hier zu dem Format gehört, ist klar. Manchmal ist uns das vielleicht ein bisschen verrutscht, da haben wir mit den Fakten ein bisschen geschludert und waren ein bisschen kurz und haben uns ewig in Meinung und Bewertung und auch Appellen und ein bisschen Aktivismus vielleicht betätigt. Das wollen wir eigentlich nicht. Das wollen wir eigentlich nicht. Also ich persönlich möchte das jedenfalls nicht. Ich finde ganz wichtig, gerade weil es keinen neutralen Journalismus gibt bei Definition und eben natürlich, weil auch die Lage niemals neutral sein wird. Sie ist fair und sie ist ausgewogen hoffentlich, aber nicht neutral, geht gar nicht. Deswegen finde ich persönlich es so wichtig zu wissen, wer sind die Leute, die die Lage machen. Und das sieht man ja zum Beispiel an meiner Homepage, da gibt es eine lange Liste mit Mitgliedschaften. Da kann man einfach nachlesen, in welchen Vereinen ich Mitglied bin und ich versuche einfach über diese persönliche Transparenz deutlich zu machen, wer ich bin, wo ich stehe und da kann man sich ein Bild machen. Als ich in die SPD eingetreten bin, habe ich gesagt, ich bin jetzt SPD-Mitglied, damit man einfach meine Äußerungen aus einem bestimmten Blickwinkel betrachten kann. Das hat man dann irgendwann gesehen, funktioniert nicht als journalistisch tätiger Mensch, also bin ich dann irgendwann wieder ausgetreten aus der SPD und habe auch das verkündet. Und ich glaube, das sind so Dinge, die sind einfach wichtig. Außerdem weiß man, wovon ich lebe. Also jeder kann googeln, was man so verdient, als Richter in Berlin zum Beispiel. An solche Dinge, das ist einfach wichtig zu wissen, Transparenz, wer ist der Typ, wo kommt der her, was hat der für einen Hintergrund und wir versuchen das ja auch mit unseren Transparenz hinweisen. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, wenn wir über jemanden berichten, mit dem wir schon mal zusammengearbeitet haben, der mal mit der GFF irgendwie einen Fall gemacht hat, das sagen wir. Insofern, ich glaube, Transparenz ist wichtig, aber Neutralität kann gar kein Ziel sein. Transparenz ist ein wichtiges Ziel und für mich persönlich finde ich auch, Aktivismus sollte eigentlich da in der Lage keinen Platz haben. Deswegen, ich persönlich habe schon aus dieser Diskussion mit den SUVs gelernt, dass dieser Appell für mich persönlich einen Schritt zu weit gegangen ist. Ich finde, wir hätten in der letzten Folge besser den Appell weggelassen. Wir hätten sagen können, man kann SUV-Fahrer ansprechen oder wir hätten das vielleicht auch etwas offener diskutieren können. Also SUV-Fahren, immer in diesem Sinne dieser fetten Panzer, SUV-Fahren ist aus unserer Sicht asoziales Verhalten. Darauf gibt es verschiedene Möglichkeiten zu reagieren, man kann so und so und so. Aber wie gesagt, ich finde, wir müssen einfach dann, wir sind eben keine Aktivisten in dieser Podcast-Rolle, jedenfalls bei der GFF habe ich natürlich einen anderen Hut auf. Und deswegen, also ich bereue so ein bisschen diesen Appell, das muss ich ehrlich sagen. Okay, darüber können wir sicherlich streiten. Ich tendiere ein bisschen dahin, dass das auch okay war. Aber das will ich nicht in Stein meißeln und ich würde das, diese Stufe so ein bisschen als innere Pressefreiheit hier stehen lassen. Das ist nicht auch in Ordnung, wenn wir nicht einer Meinung sind. Weil wir sind da vielleicht nicht so 100 Prozent einer Meinung, weil ich wie gesagt finde, dass das auch zu einem journalistischen Kommentar in so einer Abteilung, die eindeutig als Kommentar in unserer Meinung zu erkennen ist, dass das da reinpasst. Ich bin aber auch nochmal, um das abzuschließen, total dankbar, dass sich so viele von euch so viel Zeit genommen haben, um das aufzuschreiben. Das ist ja jedes Mal Webseite öffnen, schreiben, abschicken. Also wirklich, das wird häufig unterschätzt, was das auch für ein Schritt ist und wie viel Mühe und Zeit das auch kostet. Das sind ja nicht immer nur, ich bin erster, ihr seid doof, das war scheiße, sondern ihr schreibt da ja wirklich Absatz um Absatz um Absatz. Und dafür nochmal ein Dank, dass ihr auch bei uns solche Überlegungen anstoßt und befördert. Ja genau und ihr seht ja auch, wir versuchen besser zu werden. Wir meinen das schon ernst mit dem Feedback. Wir finden das total wichtig und ich hoffe, dass das mit dieser Diskussion auch nochmal deutlich geworden ist, wie ernst wir das nehmen und dass wir da einfach auch kontinuierlich dazulernen wollen. So, der Amazonas brennt immer noch, müssen wir leider feststellen, ich habe das eben nochmal gegoogelt. Ja und vor allem nicht nur der Amazonas, Philipp. Das ist ja, das ist jetzt nochmal quasi so der Ökoblock in dieser Folge. Wir wollen nochmal einmal darüber berichten, dass der Klimawandel zum einen schon erste Folgen zeitigt, aber dass es eben leider auch politische Entwicklungen gibt, die diesen Klimawandel wohl weiter anheizen dürfen. Ja, also ich finde daran zwei Sachen interessant, die sagen wir gleich, wir müssen kurz wie immer einmal so ein bisschen so einen Überblick geben. Also der Regenwald in Südamerika brennt nicht nur in Brasilien, nicht nur am Amazonas, auch in anderen Ländern, aber in Brasilien. Da richten sich schon die Augen seit mehreren Wochen ja drauf. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, 40, 50, 60, 70.000 Feuer im August, je nachdem, wie man da so fragt. Die NASA oder Brasiliens Nationales Institut für Weltraumforschung, die werten dann ja immer so Weltraumfotografien aus. Da muss man sagen, diese Grafiken sind manchmal ein bisschen irreführend, weil es so aussieht, als würde ganz Südamerika brennen. Das ist nicht so. Aber die Tendenz scheint schon so zu sein, dass, sagen wir mal, in den letzten, in den ersten acht Monaten dieses Jahres deutlich mehr Brände gezählt wurden, als im Schnitt in den ersten acht Monaten der letzten neun Jahre. Und es brennt dann nicht nur Primärwald, also das habe ich auch noch mal mit so ein paar Waldforschern telefoniert und gefragt, was das da eigentlich für ein Wald ist. Und die sagen, dieser Wald, dieser Regenwald, der ist zum Teil hunderttausende von Jahren alt, weil es da keine Eiszeit gegeben hat. Also es ist nicht irgendwie wie hier so ein Urwald, sondern wie hier in Polen oder auch in Rumänien oder so gibt es dann Wälder, die sind tausende oder tausendfünfhundert Jahre alt, aber da sind die wirklich hunderttausende von Jahren alt. Deswegen ist der Boden auch so ausgelaugt und hat nur so eine ganz kleine Humusschicht und wenn die Bäume dann weg sind, dann ist halt schnell diese Humusschicht weg. Und dann hat man da eben Sand, dann wächst da nichts mehr, weil dieser Boden so alt und auch ausgelaugt ist. Was ich aber interessant fand, ist, dass die Entwaldung quasi in den ersten Jahren dieses Jahrtausends, also so Anfang der 2000er, schon um ein Vielfaches höher war. Ach, das heißt also die Entwaldung jetzt in Brasilien oder weltweit? Also in diesem Fall ist es Brasilien, in diesem Fall sind die Zahlen für Brasilien. Das fand ich so eine ganz interessante Zahl, dass es so Ende der 90er, Anfang der 2000er eine extreme Entwaldung gab und dann aber durch politische Maßnahmen diese Entwaldung deutlich runtergefahren wurde. Ach, Brasilien hat so Schutzgebiete eingerichtet, die haben die Überwachung dieser Schutzgebiete verbessert, die haben Firmen, die illegal gerodet haben und dabei erwischt wurden, staatliche Kredite entzogen und die Folge war, dass bis 2012 glaube ich, die Entwaldung um 80 Prozent im Vergleich zum Beginn des Jahrtausends zurückgegangen war. Und das fand ich erstmal interessant, dass es offensichtlich Methoden gibt, um diese Entwaldung in den Griff zu kriegen. Also das ist ja klar, es brennt immer, also es haben da immer Wälder gebrennt, weil eben Bauern vor Ort Weideland brauchten. Dann haben sie einen Wald angezündet oder erst die wertvollen Bäume rausgeholt, dann den Wald angezündet, dann haben sie da halt Farmbetriebe eingerichtet. Aber in diesem Ausmaß wie Ende der 90er, Anfang 2000er hat es das wohl lange, lange nicht gegeben. Dann ging es runter und jetzt mit der Präsidentschaft von Bolsonaro seit einem guten Jahr an der Macht geht es eben wieder nach oben, weil er auch, sagen wir mal, Gelder gekürzt hat. Er hat das Monitoring verändert. Aber ich glaube, was vor allen Dingen auch klar ist, also die New York Times hat gesagt, Bolsonaro hat die Strafen gesenkt und hat so Gerätebeschlagnahmung. Also wenn er illegal gerodet wurde, wurden wohl auch Geräte beschlagnahmt. Das ging unter Bolsonaro schon in einem Jahr um 20 Prozent zurück. Aber es war halt vor allen Dingen auch so, dass er wirklich das Klima geändert hat. Wollte ich sagen, das politische Klima ist das Entscheidende. Dass er gesagt hat, hey, das ist unser Wald, der gehört nicht der Welt oder Europa, sondern das ist unser Wald und wir haben das Recht, ihn wirtschaftlich zu nutzen. Wir wollen, dass da wieder Minen gebaut wird, dass da wirtschaftlich dieser Wald genutzt wird und das hat er wohl auch getan. Und der Guardian war vor kurzem da. Link findet ihr in den Shownotes. Und die schreiben, dass Bolsonaro set in motion a new age of wrecking that looks set to continue beyond the end of annual burning season next month. Also der hat sozusagen ein neues Zeitalter des Einschlags, des Holzeinschlags in Gang gesetzt, das weit über das Ende der normalen Brandsaison, Ende dieses Monats, also September hinausgehen wird. Warum? Ja, es ist menschengemacht. Es gibt Agrarinteressen natürlich. Das Holz wird erst, das wertvolle Holz wird erst rausgeholt. Dann wird das Land entweder in Acker umgewandert oder eben in Weideland für Rinder. Und das ist eine Katastrophe humanitär für die Leute, die da leben. Da leben ja jede Menge Leute. Also insbesondere der Witz ist natürlich, dass es auch eine rassistische Seite hat, denn die Menschen, die vertrieben werden, sind typischerweise eben Indigene, also quasi eingeborene, Anfangstrichen. Während die meisten Großgrundbesitzer, die dann auf diesem Land hinterher ihre Rinderherden weiden lassen, sehr häufig eben quasi in Anführungsstrichen weiße sind. Das ist halt also auch eine rassistische Seite, das ist das Bizarre an diesem. Genau. Und es ist auch so ein antikolonialer Reflex, weil natürlich Europa sagt, das dürft ihr nicht und das Klima und um Gott, um Gott, um Gott und so. Und das halt bei Bolsonaro als Nationalist und bei vielen wohl auch in Brasilien es diesen Reflex gibt, das ist unser Wald. Damit machen wir was wir wollen. Damit machen wir was wir wollen. So wie ihr in Europa mit eurem Wald gemacht habt, was ihr wollt. Deutschland war komplett Buchenwald, wurde abgeholzt, ja, im Rahmen nicht nur, aber auch im Rahmen der Industrialisierung, um eben wirtschaftlich nach vorne zu kommen. Ja, und jetzt ist halt nur noch ein Drittel Deutschlands bewaldet oder was. Und davon ist auch viel krank. Also ihr habt das auch gemacht, warum dürfen wir das jetzt nicht? Geht weg. Dann auch natürlich eine Riesenkatastrophe ist die Artenvielfalt. Also ich, wie gesagt, ich habe mit so ein paar Waldforschern, drei waren es insgesamt, telefoniert und die haben halt gesagt, naja, du brauchst, zum Teil brauchen die, um auf einem Hektar Regenwald die Arten zu bestimmen, die da leben, sowohl Flora als auch Fauna, zwei Jahre. Weil da so viele verschiedene Pflanzen... Weil da so viele, ich habe auch noch mal einen Hintergrund im Deutschlandfunk gehört, die meinten, sie hätten da irgendwie auf einem so einem kleinen Gebiet 50 verschiedene Fledermausarten gezählt. Sie meinten, in ganz Europa gibt es glaube ich irgendwie 27. Und man fragt sich immer, und das ist zum Beispiel eine Sache, eine kommunikative Sache, die ich mir von, sagen wir mal, Artenschützern und Umweltschützern mehr erfreue, ist, die stellen diese Artenvielfalt so als Wert an sich hin und erklären immer nicht so richtig, warum ist das eigentlich ein Wert. Und ehrlich gesagt, da wäre ich mal auch auf Kommentare gespannt, also wie man Leute davon überzeugt, dass Vielfalt an sich ein Wert ist. Mir ist dann zum Beispiel noch eingefallen, das ist ein Freund von mir, der ist Pharmakologe, der hat halt erzählt, naja, zum Beispiel die Pharmaindustrie, die pilgert standardmäßig in irgendwelche Regenwälder, um Wirkstoffe zu finden, um Wirkstoffe, um irgendwelche Käfer oder Pflanzen zu finden, die irgendeinen komischen Stoff fabrizieren, den sie entweder selber nutzen oder kopieren oder synthetisieren können, um daraus Arzneimittel zum Beispiel zu bauen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn es diese Mega-Evolution gibt mit dieser Artenvielfalt in diesen Wäldern. Klima ist natürlich ein Riesenproblem, weil diese Wälder natürlich CO2 binden, die wachsen und holen CO2 aus der Atmosphäre. Abends ist es so, dann nachts stoßen sie dann zwar auch CO2 wieder aus und verbrauchen Sauerstoff, aber unter dem Strich ist es so, dass so ein Wald, wenn er wächst, unglaublich viel CO2 macht, allein der Amazonas-Regenwald fixiert, 1,4 Milliarden Tonnen CO2. Klar, wenn das verbrannt wird, dann kommt das natürlich wieder raus und hängt in der Atmosphäre und den Rest kennt ihr. Sauerstoff ist angeblich keine große Gefahr, also Sauerstoff haben wir auch so genug, aber für den Klima ist es natürlich ein Riesenproblem, der CO2-Ausstoß und auch, dass diese Wälder, nicht nur der Amazonas-Regenwald, aber vor allen Dingen auch die Welt eben kühlt, weil eben darunter viel Wasser gehalten wird, was auch die Erde wieder kühlt. Der größte Gefahr, und das ist so neben dieser politischen Möglichkeiten, die es tatsächlich gibt, diesen Raubbau zu stoppen, die größte Gefahr aber, die an die Wand gemalt wird, ist eben wieder einer dieser Tipping-Points, dass gesagt wird, die Ausdehnung der Agrarflächen im brasilianischen Teil des Regenwalds hat seit 1970 20 Prozent betragen, also 20 Prozent des Waldes, den es 1970 gab, der ist weg für Agrar und es gibt so Rechnungen, die sagen so ab 25, 30 Prozent ist ein Tipping-Point erreicht, dass sozusagen so viel Wald weg ist, dass der Wandel, dass die Verwandlung in eine Steppe nicht mehr aufzuhalten ist oder in eine Savanne nicht mehr aufzuhalten ist, also dass dann über die nächsten 30, 40, 50 Jahre es nicht zu verhindern ist, dass der brasilianische Regenwald sich in eine Savanne verwandelt. Und die Frage ist natürlich, was kannst du machen? Politisch müsste sich da einfach mal das Klima ändern in Brasilien, oder? Ja, das ist so das eine. Die einen sagen, warten bis Bolsonaro weg ist, das ist so dieses Trump-Argument, wir warten bis der weg ist. Und dann haben wir ja gesehen, gibt es ja Methoden, um diesen Raubbau und den Holzeinschlag da zu begrenzen, das geht, wenn man es denn will. Die andere Debatte ist, was kann Europa tun? Da gibt es jetzt diese Verhandlungen, ob quasi zwischen der EU und den südamerikanischen Staaten dieses Mercosur-Freihandelsabkommen abgeschlossen wird, was viele Erleichterungen für beide Seitenrechte, Frankreich und Irland zum Beispiel sagen, wir schließen das so lange nicht ab, bis da wirksame Maßnahmen gegen diesen Raubbau getroffen werden. Deutschland auf eine Anfrage der Linken hat jetzt gesagt, die Bundesregierung nein, also eine Blockade dieses Mercosur-Handelsabkommens halten wir nicht für sinnvoll, weil wir nur über solche Handelsabkommen wirklich auch Einfluss darauf haben, was da passiert. Und auch in diesem Handelsabkommen sei das Paris-Ziel von 1,5 bis 2 Grad Erderwärmung festgehalten. Und dass eben diese südamerikanischen Länder und Brasilien eben eingeschlossen sich darauf mit diesem Handelsabkommen eben auch nochmal verpflichtet. Aber wenn, Philipp, gerade wenn doch offensichtlich Bolsonaro diesen verstärkten Holzeinschlag auch so als fast antikoloniale Maßnahme verkauft, dann ist natürlich ein irgendwie ja auch Versuch der postkolonialen Einflussnahme auf Brasilien im Zweifel eher kontraproduktiv, oder? Weiß ich nicht. Kann das nicht eher trotz Reaktion hervorrufen, gerade wenn er das als Entkolonialisierung fast schon verkauft, dass jetzt Holz eingeschlagen werden darf entgegen dem Willen der Europäer und wir machen dann da Druck. Ich weiß nicht, ist das nicht eher kontraproduktiv? Letztlich weiß man es auch nicht, wie so ein Typ wie Bolsonaro reagiert. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie dieses Argument, die AfD ist immer Opfer. Ich glaube, solche Leute werden es immer schaffen, Opfer zu sein. Weißt du, Boris Johnson ist Premierminister, ist Opfer vom Parlament. Trump ist Präsident, ist Opfer von you name it. Ja, klar. Es ist immer irgendwie Opfer. Irgendjemand ist immer schuld und wenn du dich auf diese Logik einlässt, glaube ich, kommst du nicht weit. Dann hast du dich in die Falle begeben, die niemals enden wird. Und so gut kenne ich diese brasilianische Innenpolitik da nicht, um zu wissen, einzuschätzen, welchen psychologischen und öffentlichkeitswirksamen Effekt wird das haben, wenn so ein Mercosur-Abkommen nicht in Kraft gesetzt wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen das hier einfach mal so als eine politische Option stehen lassen, die so diskutiert wird. Viel interessanter finde ich die Frage, was können wir denn so machen? Denn natürlich werden diese Wälder zum großen Teil auch abgeholzt, um entweder direkt dort Rinder weiden zu lassen, die wir aufessen, oder Soja anzupflanzen, mit denen dann Rinder gefüttert werden hierzulande, die wir aufessen. Ja, und da muss man natürlich ganz klar sagen, also jedenfalls brasilianisches Rindfleisch sollte man ganz sicher nicht essen. Also wir wollen ja jetzt nicht schon wieder einen Appell starten, da haben wir uns ja nur die Finger mit verbrannt. Hast du gerade. Aber man könnte, ich habe nur gesagt, wir, Philipp, die Hörer sind frei zu essen, was sie wollen, selbstverständlich. Aber ich sage mal so, das hat halt alles seine Folgen. Und ich für mich persönlich glaube, dass ich vermeiden werde, brasilianisches Rindfleisch zu essen. Und was ich mir persönlich wünschen würde als Verbraucher, ist eine Kennzeichnung, dass man einfach erkennen kann, was hat denn so ein Rindvieh gefressen? Also wenn es dann irgendwie in Deutschland aufgewachsen ist, hoffentlich biologisch, dann frage ich mich natürlich, ist dann sicher, dass es nicht mit brasilianischer Soja gefüttert wird? Oder generell mit südamerikanischer Soja, die ja einfach eine schlechte Klimabilanz hat. Weißt du das, Philipp, wie ist das so mit der Soja? Kann man das erkennen, wenn man jetzt irgendwie ein Steak kaufen will? Wie das ernährt wurde, wurde das Tier? Also beim Biotier weiß man halt natürlich, dass es Biofutter war, hoffentlich. Aber kann man das erkennen, ob das Biofutter aus Deutschland stammt? Weiß ich nicht. Und das ist zum Beispiel sowas, ich glaube, Verbote sind ja immer so das radikalste Mittel. Aber ein wichtiger Weg, um sich tatsächlich als Verbraucherin oder als Verbraucher klimafreundlich verhalten zu können. Ist klar, man kann natürlich jetzt auf Fleisch ganz verzichten. Das ist sicherlich auch eine gute Maßnahme. Aber wenn man so weit nicht gehen will, dann ist ja die nächste Frage, kann man denn wenigstens versuchen, möglichst wenig klimaschädliches Fleisch zu essen? Und ich glaube, dass es nicht so ganz einfach ist, sich dazu zu informieren. Denn, genau, also weil es gibt ja nicht nur Fleisch, das vielleicht noch ein Setzpunkt, das Maximale ist, du isst argentinisches Rind, ja. Die nächste Stufe ist, du isst halt Rind mit argentinischer Soja, was hier aufgewachsen ist. Oder du isst halt ein Rind, was hier den ganzen Tag Gras gefressen hat. Genau, das Brandenburger Bio-Rind, das ist auch wirklich nur Brandenburger Weiden und das hat dann natürlich immer noch, haben wir ja schon besprochen, gepupst. Das furzt immer noch Brandenburger Methan, aber es ist halt nicht ganz so katastrophal wie das andere. Aber Fleischkonsum ist in dieser ganzen Frage ein riesen Thema. Bei dem Hinweis übrigens noch, Quelle, ich habe das letztes Mal schon gesagt. Quelle Internet? Riff Reporter. Ah. Ein tolles Projekt, habe ich viel jetzt auch über den Amazonas und so, sehr zurückgenommen, sehr ausführlich, sehr gut aufgeschrieben, ist spendenfinanziert, guckt mal vorbei und wenn ihr da ein, zwei Artikel lest, werft da mal was ab in die Kasse. Ja, wer mag, ist natürlich völlig frei. So, letztes Thema für diese Sendung oder vorletztes, letzter größerer Block ist ein Blick nach Hessen, denn im hessischen Altenstadt, noch genauer in der Waldsiedlung, ein Ortsteil des hessischen Altenstadt, hat es eine ganz interessante Wahl gegeben, Philipp. Und zwar wurde dann nämlich der Stefan Jagsch zum Ortsvorsteher gewählt. Und das wäre für die Lage als solches normalerweise vermutlich kein Thema, wäre Herr Jagsch nicht zugleich stellvertretender hessischer Landesvorsitzender der rechtsradikalen NPD. Ja, und er taucht auch im hessischen Verfassungsschutzbericht von 2015 wohl gleich mehrmals auf, auf seiner Facebook-Seite stand zumindest, ich habe es jetzt nicht nochmal geguckt, aber bis vor kurzem stand dort Migration tötet, Artenschutz auch für deutsche, Lügenpresse bleibt Lügenpresse. Also so das klassische Arsenal der rechtsradikalen Verschwörungstheorien und der rechtsradikalen Ausländerhetze. Wie kam es dazu, also dieser Ortsvorsteher, der ist halt so eine Art kleiner Bürgermeister von so einem Ortsteil und da war zunächst ein FDP-Mann dran, der ist dann zurückgetreten und da musste halt jemand Neues gewählt werden und nach Schilderung aller Beteiligten, CDU, SPD und FDP sitzen dann noch mit drin, wollte irgendwie keiner und dann ging das irgendwie alles ganz schnell und der Mann hat sich halt zu Wort gemeldet. Und zur Wahl gestellt und dann sagte im Nachhinein auch der CDU-Mann irgendwie, ja es gab auch vor allem keinen Jüngeren, der sich mit Computern auskennt und der E-Mails verschicken kann, so als Begründung, warum man in ihnen vor allen Dingen dann einstimmig zum sozusagen kleinen Ortsteilbürgermeister geht. Das muss man halt sich überlegen, dass also alle Vertreterinnen und Vertreter von Union, SPD und FDP in diesem Ortsbeirat ihre Hand gehoben haben, um einen Neonazi zum Ortsvorsteher zu wählen. Oh, da wird dann, dann wird jetzt so im Nachhinein relativiert, dann wird halt irgendwie gesagt, naja, was er in der Partei macht oder privat, das ist nicht mein Ding, nicht unser Ding, im Ortsbeirat verhalte sich Herr Jaksch absolut kollegial und ruhig, also wenn man so will, ein netter Nazi. Ja, soll eben auch ein netter Typ gewesen sein und ganz verträglich und so und ja, jetzt könnte man natürlich auf der einen Seite sagen, was interessiert uns, was so ein Ortsbeirat in einer 2700 Einwohnersiedlung irgendwo in Hessen so macht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, daran interessieren uns zwei Dinge. Das eine ist, deswegen haben wir das jetzt gerade mit so einem sarkastischen Unterton zitiert, das völlige Unverständnis der anderen Ortsbeiräte, wo das Problem ist. Ja, die haben das ganz offensichtlich bis heute nicht so richtig verstanden. Obwohl, das muss man in der Vollständigkeit sagen, sie haben beschlossen, ihn wieder abzuwählen. Ja, sie haben beschlossen, ihn wieder abzuwählen, allerdings natürlich nach massiver Intervention der Landesparteien und vor Ort wird aber jetzt, Zitat, von einer Hexenjagd gesprochen. Er ist noch nicht abgewählt, sondern sie haben irgendwie, soll passieren. Genau, und es ist von einer Hexenjagd die Rede, also vor Ort herrscht großes Unverständnis und mit anderen Worten, da ist quasi durchregiert worden von höheren Parteigremien, aber vor Ort versteht man das nicht so ganz. Und das ist, glaube ich, was schon außerordentlich bedenklich ist, denn die Politiker vor Ort verkennen da jedenfalls aus meiner Sicht, dass es natürlich jetzt nicht um Details der politischen Inhalte geht. Natürlich will Herr Jaksch jetzt nicht irgendwie in seinem Ort als erstes irgendwie ein kleines KZ aufmachen. Ja, also so richtig, die Inhalte sind hier nicht das Problem, sondern die Frage ist, wen wählen wir denn da eigentlich, für welches Programm steht denn ein solcher Mensch, den man da jetzt gewählt hat. Und es sollte eigentlich völlig klar sein, dass man einen Menschen, der immerhin mit seinem Eintritt in die Nationaldemokratische Partei Deutschlands ein ganz bestimmtes rechtsradikales Programm explizit unterstützt und für sich als maßgeblich anerkannt hat, dass man einen solchen Mann eben für charakterlich nicht geeignet halten kann. Das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt. Der mag ja total nett sein, vielleicht kann man mit dem auch ein nettes Bier trinken. Oder Skat spielen. Oder Skat spielen, aber man kann den jedenfalls nicht in ein Amt wählen, wo der irgendwie mehr machen muss als Rasenmähen. Aber das wirft ja auch die Frage auf, glaube ich, mit der viele ja auch konfrontiert sind. Ich habe da jemanden, der ist eigentlich ganz nett, Kollege, Kollegin, Freund, Vereinsmitglied, Skatkumpel, keine Ahnung. Aber ich finde raus, es ist ein Rechtsradikaler. Fragen stellen. Einfach Fragen stellen. Und sehr bald stellt sich in diesen Fragerunden dann ja raus, dass die Menschen eben, sagen wir mal, problematische Medien konsumieren. Von Russia Today bis zu irgendwelchen rechtsradikalen Websites. Und da muss man denen einfach ganz, also einfach ist das natürlich nicht, aber man muss dann einfach, glaube ich, immer wieder nachfragen und immer wieder damit konfrontieren. Nein, sorry, du bist da irgendwelchen Propagandalügen aufgesessen. Überleg das doch nochmal, denk da nochmal ganz klar drüber. Aber klar, ich würde dieses Riesenfass jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht aufmachen wollen, denn wir können jetzt nicht hier in einem Podcast in zwei Minuten sagen, wie man mit Rechtsradikalen redet. Aber ich glaube jedenfalls, Schweigen ist eine ganz schlechte Idee. Man muss konfrontieren. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das müssen wir immer mitnehmen, sonst wird das an dieser Stelle zu lang. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, ist Nazis oder Rechtsradikale in Ämter wählen. Das geht auf gar keinen Fall. Das Problem ist aber natürlich, das muss man ja auch sehen, dass sich sonst niemand so wahrgestellt hat. Genau. Und den Punkt hat Heribert Brandl gleich mehrmals in der Süddeutschen Zeitung gemacht. Und zwar hat er einfach darauf hingewiesen, dass eben nicht nur dort in dieser Waldsiedlung, sondern in Deutschland oft ganz generell sich einfach zu wenig Männer und Frauen und Menschen anderen Geschlechts, Drittengeschlechts, Diversen zur Verfügung stellen, um solche Posten zu bekleiden. Also er hat das für die Kommunalwahl, die jüngste in Rheinland-Pfalz rausgeprokelt. Da hat er gesagt, 465 Orten fehlten ehrenamtliche Bürgermeisterkandidaten. 20 Prozent aller Kommunen waren ohne Bewerber. Und da kann man nur sagen, das sind die Leerstellen, wo Rechtsradikale und andere demokratiefeindliche Truppen sich drin niederlassen. Ja, das muss man so sagen. Und da kann man nur den Appell, den wir ja auch immer machen, noch einen Appell sagen. Wer Demokratie will, muss sich für die Demokratie einsetzen, sei es im Verein, in der Schulvertretung, in Parteien, NGOs, Rotes Kreuz, Freiliche Feuerwehr, you name it. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft dieses Falls. Klar, die Wahl war ein Fehler, aber das eigentliche Problem war, dass es keinen demokratischen Kandidaten gab für dieses Amt. Das mag ein ganz kleines Amt in einer ganz kleinen Ortschaft gewesen sein, aber es ist aus meiner Sicht jedenfalls ganz, ganz, ganz wichtig, dass jedes Amt, das in unserer Demokratie zur Wahl steht, dass jedes Amt eben von einem Menschen ausgefüllt wird, der für unsere demokratische Ordnung einsteht. Für die Rechtsstaatlichkeit, für die Grundrechte, dafür, dass jeder Mensch mit einer unveräußerlichen Menschenwürde ausgestattet ist, für die Grundrechte und so weiter und so weiter. Und ich meine, das ist ja zum Beispiel einer der Gründe gewesen, weswegen ich vor drei Jahren da in die SPD mal eingetreten bin. Ich wollte damit ja auch in der Lage ein Zeichen setzen für dieses demokratische Engagement. Ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist mit meiner Rolle als Podcaster nicht vereinbar, deswegen habe ich das wieder gelassen, aber das ändert ja nichts daran, dass ich das Engagement in politischen Parteien total richtig finde, außer für Journalisten. Ja, also ich glaube, als Journalist ist das keine gute Idee oder als Journalistin, aber ansonsten möchte ich da überhaupt nicht negieren, was ich 2016 für richtig gehalten habe. Und das eine ist sozusagen, diese Leerstellen nicht den Rechten zu überlassen und das andere, und das geht nochmal so ein bisschen auf diese Wahlen in Sachsen und Brandenburg zurück, da habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen gelesen, so Soziologen und hier und da. Und es war schon auch ein roter Faden, der von Heidmayer und anderen Soziologen genannt wurde, dass viele die psychologische Dimension dieser hohen Stimmenanteile für die AfD verkennen. Denn wenn die Leute vor Ort das Gefühl haben, man hört uns nicht, man nimmt uns nicht wahr, wir sind vergessen, dann kommt eben genau die AfD rein und sagt, hier, wir sind die Kümmerer, wir kümmern euch. Und ich glaube, und das glaube ich, die kümmert sich dann zwar nicht, aber sie gibt das Gefühl. Und ich glaube, das ist genau ein Schritt, nicht der einzige, aber ein Schritt, den die Politik machen muss im Kampf gegen die AfD, vor Ort, in den Provinzen, in diesen Käffern präsenter zu sein. Wobei wir das jetzt nicht kritisch meinen, das sind halt kleine Ortschaften, das Leben kann da wunderbar sein. Ich nenne meinen Hort, wo ich herkomme, Augenkaff. Ihr wisst, was gemeint ist. Ja, ich finde, wir müssen da ein bisschen auf die Sprache achten, das darf jetzt nicht despektierlich klingen. Zum Beispiel in der letzten Folge ging es ja irgendwie auch um Bildung und das hat mich zum Beispiel sehr berührt, da hat uns ein Handwerksmeister geschrieben, weil er den Eindruck hatte, wir hätten uns kritisch über Handwerksmeister geäußert. Ich habe das nochmal nachgehört, ich weiß wirklich nicht, welche Stelle er meint, aber jedenfalls ist mir ganz wichtig der Hinweis, das Letzte, was ich sagen würde, ist irgendeine Kritik an Handwerksmeistern. Also ich finde, ich habe größten Respekt davor, eine Ausbildung zu machen und dann sich bis zum Meister vorzuarbeiten, was ja wahrlich ein harter Weg sein kann und dann zum Beispiel einen eigenen Betrieb zu führen. Also nur damit das an dieser Stelle mal klar ist und deswegen möchte ich da so ein bisschen vielleicht für Sprachhygiene werden. Absolut, völlig richtig und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, habe ich auch im Breitband im Deutschlandfunk Kultur gerade drüber geredet, genau diese Kleinigkeiten sind so wichtig. Das sind einfach, das ist von uns nicht böse gemeint, das schleift sich so ein, man sagt das so dahin und merkt nicht, dass man damit Leute ausgrenzt. Ja genau, das meinen wir ja gar nicht. Frauen, Männer, wen auch immer, deswegen danke für den Hinweis. Also ich meine, die Parteien müssen vor Ort in den Regionen, in den Dörfern präsenter sein, ansprechbar sein und ich glaube, was sich viele dieser Leute, ich war jetzt auch in Bitterfeld ein bisschen unterwegs, habe da mit zwei, drei Leuten gesprochen, Was die sich glaube ich wünschen ist, einfach mal reden zu können und jemanden zu haben, der ihnen zuhört. Und Herr Kretschmer von der CDU in Sachsen hat das ja vor der Wahl gemacht. Er macht das halt nur vor der Wahl und nicht die ganze Zeit. Und die Debatten, die da wohl entstanden sind, die waren wohl auch sehr fruchtbar. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Politik, die Parteien, die demokratischen Parteien in diesen Gegenden präsenter sein müssen, ansprechbar sein müssen und zuhören müssen. Nicht alles umsetzen, was ihnen da geklagt wird, natürlich muss die Politik auch liefern, aber ich glaube, das ist eine so wichtig psychologische Dimension, dass die Leute das Gefühl haben, sie haben da jemanden aus diesem Spektrum, zu dem sie gehen können und der ihnen zumindest zuhört. Und das wäre so mein Ding daraus. Das habe ich auch gesagt, in der Phönix-Runde war ich eingeladen. Übrigens ganz herzlichen Dank an die beiden Töchter der einen Phönix-Redakteurin, die der Mama eingeflüstert haben, dass es da doch diesen Podcast gibt und dass man da doch mal jemanden von in diese Runde einlade. Das hatten wir jetzt schon häufiger, dass Menschen sagen, ich habe euch kennengelernt über meine Kinder. Ja, das fand ich schon. Ja, sehr schön. Gut, wir kommen zu unserem letzten kurzen Blog in dieser Folge, nämlich einem Update. Wir haben in der Osterfolge letztes Jahr, 2018, berichtet über einen relativ skandalösen Vorgang in der hessischen Kleinstadt Wetzlar. Dort nämlich gibt es eine Stadthalle, die die NPD im Wahlkampf im März 2018 nutzen wollte, um dort eine Wahlkampfveranstaltung durchzuführen. Und zwar legal, wie das Bundesverfassungsgericht in einer einstweiligen Anordnung entschieden hat. Oder jedenfalls hat es entschieden, dass diese Stadthalle vermietet werden muss. Ob das jetzt letztlich quasi einen Anspruch gab der NPD auf Vermietung, hat das BVFG nicht entschieden. Aber es hat dann entschieden, dass die Stadthalle vermietet werden muss im Wege der einstweiligen Anordnung. Die Stadt Wetzlar hat sich über diese einstweilige Anordnung damals hinweggesetzt und damit für ein mittleres Erdbeben gesorgt. Denn das Bundesverfassungsgericht ist es natürlich nicht gewöhnt, dass seine Eilbeschlüsse einfach so nicht umgesetzt werden. Es hat damals zum einen eine sehr deutliche Pressemitteilung verschickt und zum anderen die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde aufgefordert, diesen Vorfall aufzuklären und notwendige aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen die Stadt Wetzlar zu ergreifen. Und vor allem das Gericht unverzüglich zu unterrichten, was man denn getan hat. Wie gesagt, wir haben das letztes Jahr berichtet und haben das auch sehr kritisch gesehen. Die NPD hat in der Folge dann die Stadt Wetzlar verklagt vor dem Verwaltungsgericht in Gießen. Und zwar auf Feststellung, dass die Nichtüberlassung der Stadthalle Wetzlar an die NPD rechtswidrig war. Also, dass sie es hätten überlassen müssen. Genau, dass die Stadt Wetzlar rechtswidrig gehandelt hat, indem sie die Stadthalle nicht überlassen hat. Und das Verwaltungsgericht hat dieser Klage des NPD-Stadtverbandes nun stattgegeben. Und hat also festgestellt, die Stadt Wetzlar hat das Recht gebrochen, indem sie die Stadthalle nicht vermietet hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Philipp, diese Entscheidung ist jetzt nicht überraschend, denn das lag ja im Grunde auf der Hand nach der Eileentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass das nicht okay war, was die Stadt Wetzlar da gemacht hat. Aber ich finde das einen außerordentlich besorgniserregenden Vorgang. Absolut. Also, ich denke, es ist total wichtig, dass man gegen rechtsradikale Stellung bezieht. Das tun wir ja auch dauernd. Das tun wir ja auch. Und dass man gegen sie unternimmt, was rechtlich okay ist. Aber es muss eben rechtlich okay sein. Und da tut man auch, also da tut man niemandem eingefallen, der Stadt nicht, aber auch der Demokratie nicht, wenn man das Recht und zwar ja auch relativ offensichtlich in dem Fall bricht, dass das mal passiert und dass es auch Grauzonen gibt und so, die man dann auslotet und das Gericht dann anders entscheidet. Geschenkt, aber dass das so offensichtlich gebrochen wird, klarer Fehler. Genau, also das denke ich auch, das geht wirklich gar nicht. Man kann das, denke ich, ganz schön auf die Formel bringen, man schützt den Rechtsstaat nicht, indem man das Recht bricht. Der Rechtsstaat muss verteidigt werden vor der NPD und ihren Gesinnungsgenossen, aber eben nicht, indem man selbst das Recht bricht. Da ist die Stadt Wetzlar wirklich zu weit gegangen. Und das haben wir letztes Jahr in der Lage kritisiert und deswegen haben wir jetzt dieses Update auch nochmal drin, dass also das Verwaltungsgericht auch nochmal zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und wir können da also ja, an dieser Stelle ist vielleicht ein kleiner Appell noch nochmal gerechtfertigt, weil es hier nicht um eine Meinung geht. So ganz ohne kommen wir nicht auf. So ganz ohne geht es auch nicht irgendwie, ne. Aber das ist, und zwar deswegen, weil es hier nicht um eine persönliche Meinung geht, sondern tatsächlich einfach um einen Appell für die Rechtsstaatlichkeit. Leute, haltet euch an Recht und Gesetz. Auch wenn ihr glaubt, ihr seid quasi auf dem richtigen Weg oder ihr habt verfolgt ein wirklich wichtiges Anliegen. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel und insbesondere dann nicht, wenn man eine Verwaltungsbehörde ist. Als Verwaltungsbehörde eine Anordnung des höchsten deutschen Gerichts nicht umzusetzen, ist ein totales No-Go. Wenn man vor Gericht unterlegen hat, dann hat man eben verloren. In diesem Sinne würde ich sagen, die Lage ist abschließend und umfassend beurteilt. Das denke ich auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, auch wenn wir diese Woche ein bisschen später dran waren. Umso mehr können wir euch einen guten Start in die neue Woche wünschen. Eine gute Woche, viel Spaß mit der Lage gehabt zu haben, wenn ihr die Lage mochtet. Freuen wir uns sehr über einen freundlichen Kommentar oder ein paar Sternchen bei iTunes. Das freut uns wirklich immer sehr zu lesen, was ihr von dieser Sendung haltet. Kommentiert munter natürlich. Kommentiert munter, genau, da sind wir sehr gespannt jetzt auch auf diese Lage. und erzählt es vor allen Dingen Freunden, Verwandten und Bekannten aus dem Podcast. Das ist ganz toll, denn wir kriegen das ja so ein bisschen mit, wie die Leute auf uns stoßen und das ist fast immer eine persönliche Empfehlung. Also freuen wir uns sehr, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden, eurer Familie, euren Kindern und Großeltern von der Lage erzählt. Bis bald. Bis dann. Tschüss.